Hallo und ein herzliches Willkommen zum 90. Anime-Slam-Podcast. Es ist 8.30 Uhr, beziehungsweise jetzt 32. Es ist früh am Morgen, wieder zwei Minuten zu spät. Katze, kannst du mich auch mal? Und es ist der 90. Podcast am Anime-Slam-Stream-Tag. Hallo, guten Morgen. Dabei haben wir Matze. Servus. Und Zenobia. Moin, moin. Und wir werden jetzt, wie es auch schon beim ersten Anime-Slam-Stream-Tag der Fall war, zum Morgen- und Mittag-Podcast nur so Themen-Podcast haben. Diesmal haben wir es aber nicht so gemacht, dass ich vorher alles rausgesucht habe. Und zwar habe ich jeden was Eigenes raussuchen lassen. Und da Zenobia hier zu Gast ist, würde ich doch einfach mal sagen, dass du anfangen könntest mit deinem Thema, über das du reden möchtest. Ob das so eine weise Idee war. Wir lassen den Gast arbeiten. Ja, ich dachte, ich kann hier mich entspannen. Es ist 8.30 Uhr, was ist hier los? Ja, es ging ja, wie gesagt, irgendwelche Themen raussuchen und nicht speziell Anime. Deswegen bin ich davon jetzt weg. Und hoffe, dass es noch nicht, also ein spezifischer Anime, ne? Und dachte mir und hoffe, dass es noch nicht dran war. Wie steht ihr zur 3- bzw. 4-Episode-Regel? Guckt ihr jeden Anime so 3 Episoden lang? Oder 4, ich bleib einfach bei 3. Oder sagt ihr, eine Episode reicht mir? Oder gehört ihr zu den Leuten, die alles zu Ende gucken? Egal, wie gut oder wie schlecht ihr es findet. Uh, das ist ein knuspriges Thema, ist das. Das habe ich mir doch gehofft. Ja, ist recht interessant. Ich habe darüber auch noch nie geredet. Aber ich habe schon immer meine Gedanken dazu gehabt. Oh, du hast Gedanken, Kevin. Ja. Teile sie mit uns. Oh Gott. Ich muss erst mal die Überschrift ändern im Stream. So, jetzt kann ich. Also, meine Gedanken zu dem Thema wären ... Also, ich bin so ein Typ, der wirklich eigentlich alles zu Ende schaut. Oh, das muss schmerzhaft sein. Ja, das ... ja. Es kommt aber tatsächlich selten was vor, dass ich ein Anime ... Selten vor, dass ich ein Anime sehe, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Ich kann an jedem Anime eigentlich immer irgendwas finden, was ich positiv finde. Nehmen wir jetzt so was wie The Anonymous Noise. Also, Fukumann kein Noise. Und darüber habe ich irgendwann schon mal vor Ewigkeiten in den Podcasts gesprochen. Und darüber gesprochen eigentlich, was für eine Scheiße das ist. Und ich bin jetzt fünf Episoden drin und ich finde es immer noch ziemlich scheiße. Aber es gibt so ein paar Dinge da dran, die ich einfach ziemlich gut finde. Zum Beispiel die Musik der J-Rock. Ist einfach fantastisch. Bin ich ein riesengroßer Fan von. Und auch die Art und Weise, wie der Anime damit umgeht, Musik zu kommunizieren. Also, wie die Figuren Musik lernen, wie sie wirklich langsam besser werden. Wie du das richtig in ihrer Stimme merkst und das alles. Das ist handwerklich richtig, richtig gut. Aber es ist halt inhaltlich unglaublich scheiße. Und das macht mir so keinen Spaß zu schauen. Aber wenn ich dann danach da sitze und darüber nachdenke, dann denke ich mir so, ja, war eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, nee. Respekt. Ich bin ja ganz klar Kategorie, oh, gefällt mir nicht, breche ich ab. Habe ich nicht die Zeit für. Ganz klar. Ich kann auch inzwischen einfach relativ gut abschätzen, was mir gefällt. Und ich habe bisher Anime, die ich abgebrochen habe, nicht bereut. Gab den einen oder anderen, den ich durchaus wirklich bewusst pausiert habe, weil ich nicht in der Stimmung dafür war. Es war zum Beispiel Killer Kill oder auch irgendwie Steins Gate. Ich finde Steins Gate unsackend interessant. Aber ich komme nicht über Episode 7 hinaus oder Psycho Pass genauso. Top erste Folge, aber ich habe noch nie weiter als Folge 3 gesehen. Aber ansonsten ganz klar abgebrochen. Jetzt zum Beispiel Black Clover. Ne, da rege ich mich mehr auf als alles andere. Diese ganz, ganz seltenen Instanzen, so wie bei Big Order, wo ich dann mich weiter, mich gequält habe, es weiter zu gucken. Aber es nachher so schlecht war, dass ich schon wieder Spaß hatte. Aber ansonsten, ne, ganz klar, habe ich keine Zeit für. Es ist eine Stunde Lebenszeit, die ich da verschwende für Dinge, bei denen ich absehen kann, dass ich sie nicht mag. Vor allem bei meiner limitierten Aufmerksamkeit inzwischen. Also ich habe da irgendwie kein so ein Problem mit, wenn es um diesen Gedanken von Zeit geht. Ich hatte das Problem noch so von, ja, dass ich mir halt wirklich dachte, ja, Zeit richtig kostbar. Ich kann hier nicht meine Zeit einfach so verschwenden. Aber mittlerweile denke ich mir einfach so, ja, schaust dir halt an. Und ich meine, Anime ist ein Medium, das ich mag. Und dann habe ich auch kein Problem damit, mir auch Schlechtes anzutun. Dann kann ich auch Besseres, äh, besser wertschätzen. Und, ähm, also ich weiß nicht. Ich habe da einfach nicht so dieses Gefühl, als wäre es ein Problem, dass ich jetzt meine Zeit da dran verschwenden würde. Auch wenn ich schlechte Sachen gucke und in der Zeit gute Sachen gucken könnte. Aber das Gefühl habe ich einfach nicht. Das kommt bei mir nicht auf. Ich meine, es gibt bei mir ein paar Ausnahmen an Anime, die ich abgebrochen habe. Aber einfach wirklich, weil ich da schon dann doch relativ weit drin war und dann gemerkt habe, okay, nee, das kannst du jetzt hier auch aufhören. Das bringt nichts mehr. Jojo habe ich zum Beispiel nach 17 Folgen aufgehört. Es ist einfach nicht meine Art von Anime. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich es schlecht finde oder sowas. Es geht einfach komplett an mir vorbei. Ich bin nicht die Zielgruppe davon. Ähm, Hunter x Hunter, das Gleiche. Das habe ich, äh, die 2011er Ausgabe habe ich nach 30 Folgen abgebrochen, weil es auch einfach nicht mein, mein, mein Ding ist. Ähm, und es gibt eine Ausnahme, die mich wirklich so, äh, so, so zur Weißglut gebrochen hat, dass es dann abbrechen musste. Das war Attack on Titan Staffel 2, aber dafür reden wir hier mal nicht. Uh, nee, besser als nicht. Ich habe das auch, wenn ich es nicht mag, ich habe diese gähnende Langeweile. Wirklich dieses aktiv gelangweilt sein und dann gucke ich zwischendurch nicht hin und dann habe ich auch den Faden verloren bei der Episode. Dafür habe ich Twitter. So. Ich meine, ich, 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 ich live-Tüte ja immer. Ich hasse es, weil ich dann auch nichts mitbekomme. Und ich nehme halt Tweete. Deswegen mag ich auch binge-watchen, deswegen nicht. Weil, wenn ich so ein Anime am Stück gucke, wenn ich ihn nicht vorher schon gesehen habe, dann habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Es ist einfach weg. Es ist so eine Nebenbei-Berieselung, aber das war's. Deswegen mag ich wöchentlich gucken. Noch eine Zeit, drüber nachzudenken und dann läuft das für Plätze in Erinnerung. Für mich ist das eher eine Woche Zeit, um es zu vergessen. Deswegen gucke ich mir, deswegen bin ich sportlich. Dann vergesse ich es nicht. Also bei mir ist es genau umgedreht. Es ist schon eine Frage von Gewöhnungszeit, weil so viel, glaube ich, hat jeder ... in sich, dass er dem Anime zumindest ein bisschen Gewöhnungszeit schenkt. Also ich versuch's zumindest. Immer, wenn mir irgendwas nicht besonders gefällt, dann gucke ich noch eine Episode oder noch zwei. Das ist so eine Mischung aus die Hoffnung, die zuletzt halt stirbt, ganz einsam und verlassen. Und ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich eine ganze Menge alten Sachen gucke. Gewöhnungszeit ist absolut unabdingbar, sonst bist du gearscht bei älteren Serien. Die sind ja so gebaut, dass meistens ... Also viele von den alten 50-Episoden-Serien, die ich gesehen hab, die sind halt dann die ersten paar Episoden einfach nur, damit irgendwelche Zuschauer, die nur dazukommen, nicht komplett verloren sind. Also haben sie den Plot noch gar nicht angefangen. Einige Dinger machen dann jetzt 20 Episoden lang einfach nur episodenhaftes Rumgegeiern. Aber dann ist es echt schwer. Wie kann es denn an jemandem sagen, mit dem heutigen, selbstverständlichen Einstellungen von wegen ... Fang mal Folge 30 an, die Serie zu schauen. Ja, nee. Nee, du hast im Moment viel zu viele Anime und nicht genug Zeit dafür. Egal, wie du es dir hinbastelst, als Fan wirst du ersäuft im Angebot. Oh. Und dann musst du natürlich dir einen Filter einbauen, mit dem du dann dir sagst, okay, mein Geschmack erlaubt mir so und so viele Fehlgriffe, bevor ich dann sag, nö. Aber ich find, da gibt's auch so ein gewisses Problem einfach, was du ja eigentlich eben schon angesprochen hast. Viele Anime lassen sich am Anfang ein bisschen Zeit, aus unterschiedlichen Gründen. Nehmen wir so was wie Aka, was die ersten drei Episoden komplett nur aus Worldbuilding besteht und nichts anderes ... Also kein Plot oder sonst irgendwas bietet in den ersten drei Folgen, sondern wirklich nur Worldbuilding. Und dann in der vierten Folge, die jeden Plotfest um die Ohren haut, die ersten drei Folgen dann aufgebaut haben durch dieses Worldbuilding. Und das ist unfassbar geil, aber das wird halt erst ab Folge vier quasi spaßig. Ja, du, Aka kümmert sich ja in feuchten Kehricht um die Bedürfnisse von modernen Aufmerksamkeitsspannen. Also, das ist ... Ich find, es gibt noch andere Anime, die das halt durchaus machen. So was wie Steinskate mag ich die erste Hälfte nicht unbedingt. Aber das haut dir halt in Folge 12 so einen geilen Plotfest um die Ohren, dass dir die zweite Hälfte unfassbar viel Spaß macht. Wobei ich da bei Steinskate auch immer noch argumentieren muss, dass die erste Hälfte wesentlich mehr Spaß beim zweiten Mal schauen macht, wenn man darauf achten kann, was da alles aufgebaut wird. Weil das ist schon ziemlich gut geschrieben. Das ist echt interessant gemacht, wenn du da sehen kannst, was halt letzten Endes alles zur zweiten Hälfte führt. Wenn du beim Insider-Gag dabei bist. Ja. Ja. Ja, aber ich finde selbst, also erst mal bei alten Anime ist meine Toleranzgrenze einfach viel größer, muss ich sagen. Einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich weiß, dass die Struktur anders war. Aber auch, um jetzt vielleicht bei den Neueren zu bleiben, die müssen von Episode 1 an irgendetwas Interessantes für mich bieten. Es muss nicht zwanghaft die Handlung sein, oder es kann auch ruhig Wordbuilding sein, aber irgendwas, wo bei mir ein kleiner Scheiter umgelegt wird, dass ich sage, okay, ich guck weiter. Hat es Steinskate, ja. Ja, aber da muss man mir zu aufmerksam sein, die Aufmerksamkeit habe ich gerade nicht. Die erste Episode finde ich top, macht wirklich ... Ich habe sehr viel Spaß, die zu sehen, weil die einfach auch visuell so interessant ist mit den Einstellungen und ... Also, als ich das erste Mal Steinskate angefangen hatte, habe ich das wirklich nach Folge 1 abgebrochen. Damals noch mit meinem anderen Mindset. Ich bin eigentlich riesengroßer Fan von Zeitreisen und so was. Aber Steinskate fand ich die erste Folge unerträglich. Ich finde die schon mega interessant. Sie sind mir in kleinen Mühe zu exzentrisch, aber das ist halt so. Nur der Gewahn, dass die sehr eigen sind. Oh Gott, ich glaube, bei mir ist es so, dass dir selbst die Vorauswahl bei mir, die treffe ich schon so, dass es eine Serie ist, die ich wahrscheinlich weitergucken will. Meistens mache ich das so. Also, ich springe selten ins kalte Wasser rein und denke mir, ach, der Anemir gefällt mir einfach vom Titel oder vom Blatt. Dann lese ich mir nichts dazu durch und fange ihn einfach mal so an. Das mache ich eigentlich nie. Das passiert gar nicht mehr. Und ja, dann ist es für mich eigentlich nur die Fehlgriffe. Nur wenn es ein Anime dann schafft, mich so wirklich abzunerven, dann höre ich auch damit auf. Und selbst dann, dann gebe ich ihm manchmal noch eine Chance. Aber es gibt genug Animes, da habe ich noch nicht mal die Hälfte der ersten Episode mir angeschaut, bevor ich dann schreiend weggerannt bin. Oh ja. Also, ich habe überhaupt keine Regel oder irgendwelche Regelmäßigkeit, die ich dazu irgendwie bringen könnte. Also, garantiert keine drei, vier Episoden-Regel. Also, manchmal gebe ich ihm auch zehn Chancen, wenn sie einfach nur nicht zu viel falsch machen. Ja. Also, bei mir gibt es tatsächlich nur einen Anime, den ich mal mitten in der ersten Folge dann abgebrochen hatte. Und das war Sabagebu. Weiß nicht, ob der euch was sagt. Der Titel, ja. Nicht wirklich. Saber, was war denn der volle ... Ach so, Sabagebu ist der volle Titel. Irgendwie eine Übersetzung oder so? Sabagebu Survival Game Club. Das waren halt einfach nur so ein Haufen Mädels, die Survival Games nachgespielt haben. Also, jetzt nicht irgendwie was Ernstes oder so. Die haben sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig abgeballert, sondern das war wirklich alles nur aus Spaß. Und das ist ein unglaublich bescheuerter Anime, der mich mit seinem Humor schon so hart in der ersten Folge aufgeregt hat. War doch das Software-Pistolen-Anime, oder? Ja, richtig. Ja, mit Software-Pistolen. Eine Szene, die man vielleicht daraus kennt, weil ... Wie hieß das Video? Anime 404 oder so was? Oder 101? Anime 101 oder so? Wie hieß dieses Video? Ich frag mich nicht. Gab halt irgendeine Anime-Meme-Collection-Video, keine Ahnung, wo halt eine Szene drin war, wo du so eine Oma hast in so einem Jeep, wo ein MG oben drauf ist, das aber halt auch nur Software-Kugeln schießt. Und dann irgendwie sich 20, 30 Mal überschlägt. Keine Ahnung. Das ist der Humor von Sabagebu. Und auch noch irgendein dummer 4th Wallbreak-Humor, der mich auch extrem genervt hat. 4th Wallbreak muss gut sein. Also man muss irgendwie kreativ sein und nicht einfach nur so, hey, lustig, guck mal, ich kann mit dir als Zuschauer reden, weil ich bin der Erzähler, hallo. Innovativ noch nie gesehen. Ja, also man muss bei mir schon, da muss schon wirklich viel passieren, dass ich in einem Anime nach der ersten Folge oder in der ersten Folge abbreche, weil sonst bin ich wirklich jemand, der durchzieht. Das freut mich, das hatte ich früher auch, damals. Meinst du das, als ich noch jung war? Hier könnt du gar nichts davon reden, vom Junglein. Das wollte ich nur hören. Nee, Kevin, sag mal, macht das auf dich dann einen Einfluss bei den Animes, die du dir aussuchst und anfängst, wenn du weißt, du bist jemand, der nicht einfach so abbricht? Bist du dann vorsichtiger beim Anfangen von Animes? Boah, nicht unbedingt. Also, es gibt schon viel, was ich mir sehr spontan reindrücke. Jetzt Made in Abyss habe ich mir die letzten Tage auch nur reingedrückt, weil ich halt gesehen habe, dass es viele Leute gefeiert haben und dann halt so dachte, okay, du musst das jetzt irgendwie nachvollziehen können, eventuell, und schaust es dir deswegen mal an. Princess Principal habe ich mir nur angeschaut, weil es halt von dem gleichen Studio wie Flipflabbers ist. Also, bei mir sind das sehr simple Gründe, warum ich ein Anime anfange. Nachvollziehbarer Gründe? Aber ein Studio ist nicht immer namensgebend für alles andere. Ja, das ist schon richtig. Hätte ich, mach ich aber auch. Also, alles von Qt Animation wird geguckt, alles von A1 Pictures ist erst mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Bei A1 Pictures, muss ich dazu sagen, bin ich ja auch immer vorsichtig. Bei denen weißt du ja wirklich nie, was rauskommt, weil die sind ja einfach kein richtiges Anime-Studio, sondern holen sich einfach nur irgendwie die Leute zusammen. Die kaufen sich da halt alles richtig, die kaufen sich da halt alles irgendwie ein. Genau. Wobei, ich muss tatsächlich sagen, dritte Sword Art Online Staffel werde ich mir mal angucken. Ich habe die zweite komplett übersprungen, denn warum, wenn man die erste so scheiße findet, warum soll ich mir die zweite angucken? Aber ich habe auch von Leuten gehört, die die erste Staffel nicht mochten, dass dieser Arc wohl relativ gut sein soll. Werde ich mal reingucken. Ja, ich habe auch gehört, dass der dritte Arc wohl, beziehungsweise, nee, vierte, keine Ahnung. Ja, da war ich auch verwirrt. Der große letzte Arc, der das ja ist in Sword Art Online. Der ist ja wirklich riesig. Da werden die nicht alles in eine Staffel reinpacken können. Der soll wohl auch relativ gut sein. Seit der zweiten Staffel muss ich auch dazu sagen, mal Sword Art Online. Das Gungale-Ding fand ich irgendwie interessant. Und freue mich auch deswegen so halbwegs auf diesen Gungale-Online-Anime, der da auch noch kommen wird, der ja auch vom Autor von Kinos Reise ist. Da habe ich gehört, ich habe Kinos Reise, ich glaube, das lief mal auf Super RTL vor zig Jahren. Da habe ich es nicht gesehen, weil es mich nicht interessiert hat. Aber als ich diese Inhaltsangabe gesehen habe zu dem Gungale-Online-Spin-Off, musste ich kurz an schlechte Naruto-Self-Instant-Fanfiction denken. Ich habe mir die Inhaltsangabe nicht, durchgelebt, muss ich dazu sagen. Das mache ich so gut wie nie. Die hörte sich echt hart an. Ich dachte mir so, okay, das feiern jetzt die Leute. Oh, okay. Hat ja nichts zu bedeuten, aber die las, also lasse ich nicht so berauschend. Au, au, au. Ja gut, das klingt wirklich nicht so spannend, wo ich das gerade mal durchlese. Aber wie gesagt, ist vor dem Autor von Kinos Reise und der ist schon ein cleverer Mann. Das merkt man bei Kinos Reise durchaus. Habe ich jetzt auch in jüngster Vergangenheit immer und immer wieder gehört. Also ich werde es mir ansehen. Kinos Reise ist... Zumindest eine Folge. Ja, es ist halt größtenteils episodenhaft. Da werden wir heute Abend noch auf jeden Fall drüber reden, weil ich habe es ja in den letzten zwei Wochen mal gesehen. Aha. Und spar mir das halt für den heutigen Abend auf. Wie viele Episoden hat das? 13. Oh, nice. Gut. Ich hatte irgendwie Angst mit 54 oder ähnliches. Nee. Gut. Also im Thema bleibend glaube ich, dass Kinos Reise für mich so ein Mittelding war. Weil die ist zwar ziemlich gut, meiner Meinung nach, die Serie, aber die hat so was an sich, nicht, dass ich keine Lust habe, jetzt die Dutzend Episoden auf einmal zu gucken. Sondern nach jeder Episode kann ich gemütlich eine Pause machen und mir überlegen, ob ich es weiter schauen möchte oder nicht. Mhm. Weil, also da muss ich mich nicht zwingen dazu, aber dazu werde ich auch nicht von selber gebracht. Ich meine, wenn ich das wöchentlich geguckt hätte und nicht auf DVD, dann wäre das vielleicht überhaupt kein Problem gewesen und wäre das überhaupt nicht in meinem Kopf vorgekommen. Ich meine, ich frage mich, ob das einen Einfluss drauf hat. Ob man eine Serie jetzt am Stück gucken kann oder man drauf warten muss. Ob das, wie einfach es ist, dann eine Serie fallen zu lassen oder weiter zu gucken. Boah, das ist ein interessantes Thema. Ich denke, es ist leichter, sie fallen zu lassen, wenn man sie nur online guckt. Also ich hätte dann nämlich im Hinterkopf, ich habe es mir gekauft, also muss ich es zu Ende gucken, weil ich mir nichts kaufen würde, von dem ich nicht weiß, dass ich es mag. Ja, also so würde ich jetzt auch schon mal denken. Ich dachte jetzt eher so an dieses wöchentlich verfolgen oder einfach so binge-watchen, jetzt nicht unbedingt, wenn man es gekauft hat. Wenn ihr es gekauft habt, dann schaue ich es mir natürlich auch komplett an, egal, wie schlecht ich das jetzt letzten Endes finde. Ich meine, Speedgraffer hatte ich mir gekauft für 60 Euro und ich fand es ziemlich scheiße und ich habe es mir trotzdem komplett gegeben, weil ich habe es mir gekauft. Für 60 Euro. Graf, graf, Speed, Speed. Ich habe es auch vor zig Jahren mal gesehen. Es wirkte auch mega interessant, aber es hat seinen sehr schnell hängen gelassen. Richtig, ja. Ich meine, man hat ja die Streaming-Dienste und da gibt es auch noch genug Animes drauf, die man nicht gesehen hat. Hoffe ich doch, dass man noch nicht alles ausgereizt hat. Das wäre ja traurig. Und da gibt es bestimmt auch einige, die schon fertig sind, die dann komplett anders auf dich wirken, oder? Als eine wöchentliche. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wöchentlichen immer mehr Chancen gebe als Dingern, die ich schon fertig vor mir liegen habe im Streaming-Dienst. Also jetzt bei mir zum Beispiel, als ich dieses Jahr irgendwann mal angefangen hatte, wöchentlich zu schauen, habe ich die dann tatsächlich einfach irgendwann alle liegen lassen, weil ich es dann einfach vergessen habe, weiter zu schauen. So ein Beispiel, wie ich es vorhin schon genannt habe, mit Fokument kein neues, das habe ich nach drei Folgen einfach links liegen lassen und komplett vergessen, dass ich es überhaupt geguckt habe. Deswegen, wöchentlich schauen geht bei mir überhaupt nicht, weil dann vergesse ich die Anime einfach. Aber das geht voll gut. Ich folge relativ vielen Anime-Blogs und irgendwer schreibt immer über das, was ich gucke. Und dann gibt es so eine E-Mail, das neuer Artikel online ist und dann läuft das. Dann erinnere ich mich dran. Ja. Oder es gibt dieses, ach, es ist doch Dienstag-Syndrom. Genau. Ja, dieses, ach, es ist doch Dienstag-Syndrom, das hatte ich wirklich letztens mit, wo Zurodoro-Children und Aho-Girl immer Dienstags kamen. Das hatte ich dann wöchentlich, das hatte ich dann wirklich auch wöchentlich verfolgt, weil das war einfach so, das war dieser goldene Dienstag einfach. Der goldene Dienstag. Für andere Leute war es noch goldener, da lief auch noch New Game am Dienstag. Das war der perfekte Dienstag. Ich habe Neo-Nio-Game geguckt. Ach. Ach, New Game ist putzig. Ja, definitiv. Nee, also ich meine, ich habe es einfacher, eine Serie wegzuschmeißen, wenn sie schon fertig ist. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es an dem Gewicht der Episoden, die da noch kommen. Ja, das ist bei mir definitiv der Fall. Ja. Wenn es noch nicht fertig ist, dann ist es irgendwie noch so, du weißt, da sind noch so viele Episoden, die auf dich zukommen, aber es wirkt nicht so, ja. Der Druck, sie gucken zu müssen, ist einfach noch nicht da, weil sie ja noch nicht existieren. Ja, es ist eine komische psychologische Angelegenheit. Sowieso, das mit dem Wegwerfen ist ganz psychologisch. Deswegen fange ich auch nie lange Anime an. Ja, Kevin, okay, du hast ja den Zwang fast schon, da ein bisschen mehr zu gucken. Dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn du Angst hast von längeren Animes. Ja, zum Beispiel so was wie Erin von dem Autor von Guardian of the Spirit. Hatte ich auch angefangen, das sind 50 Folgen und der Anfang ist unglaublich zäh, auch wenn er ziemlich gut ist, aber er ist ziemlich zäh. Oh, ziemlich zäh, ja. Ich habe es bisher noch nicht, glaube ich, über fünf, sechs Folgen geschafft, weil da muss ich einfach irgendwie mit einem anderen Mindset gehen, wenn ich das schaue. Ich schaue das wirklich, als ich das angefangen habe, habe ich das wirklich echt so gelegentlich mal geschaut, also mal so jede Woche eine Folge. Mittlerweile habe ich es auch irgendwie liegen lassen, weil das halt wieder dieses wöchentliche Syndrom ist, was ich mir diesmal selbst aufgelegt habe. Ich möchte Erin wirklich bis zum Schluss schauen, weil es unglaublich interessant ist, und es ein super gutes Worldbuilding hat, aber es ist schwierig, sich da richtig zu motivieren, wenn man weiß, dass da immer noch über 40 Folgen vor einem liegen. Ja, du, da muss ich dir recht geben, die Serie habe ich auch fallen gelassen, weil ich weiß nicht, das war zu viel für mich. Das war zu viel, warten auf irgendwas Interessantes. Ja, es dauert halt echt. Also ich habe gesehen, dass ich glaube, also der richtig interessante Teil von Erin dürfte irgendwann ab Folge 15 oder so beginnen, wenn sie dann jugendlich ist. Richtiges Problem hast du halt dann auch mit Serien, die du toll findest, und die aber einen schweren Einstieg haben. Wenn du den Leuten dann sagst, guck weiter, guck weiter, du wirst davon belohnt werden. Aber dann heißt es natürlich, oh Gott, wenn die ersten vier Episoden mir nichts gebracht haben, dann habe ich auch keinen Bock. Also ich kann es nachvollziehen, wenn Leute sagen, für sie ist das ein, ja, dass der Anime dann durchgefallen ist. Wenn es dann eine zu schlechte Note gibt, wenn einfach ein großer Teil von dem Anime, und der Anfang ist ja ein großer wichtiger Teil, nicht ihr Geschmack war, da kannst du halt nichts machen. Aber manche Dinge haben halt die Wendung relativ spät. Bei einigen Dingern musst du bis zum Ende gucken. Das ist so hammer. Wenn du dann eine 30 bis 50 Episoden-Serie aus den 80er Jahren hast, und dann am Ende macht das alles wett, das Ende ist dann so gut, dass du 30 Episoden lang dich fragen musst, warum gucke ich den Kram eigentlich? Aber davon kannst du Leute ja nicht überzeugen, das geht ja nicht. Ja, das ist wirklich schwierig. Es ist ja überlebensnotwendig, der eigene Filter, um irgendwelche Serien fallen zu lassen, um dann zu sagen, okay, nee, das muss ich mir nicht geben. Ich fiel dir da bei dem Beispiel sowas wie Little Busters ein, was eine unglaublich generische erste Staffel hat, die gar nicht mal so interessant ist, aber die zweite ist so gut. Die zweite Staffel von Little Busters ist unglaublich gut, aber die erste ist halt wirklich das langweiligste von Kee eigentlich. Genau deswegen hab ich die zweite Staffel noch nicht gesehen, weil's einfach so langweilig war. Ey, wie gesagt, die zweite lohnt sich richtig. Die ist was ganz anderes als die erste. Das ist immer so ärgerlich, wenn das der Fall ist. Die erste ist halt nicht so spannend. Man kriegt ja, glaube ich, am Ende der ersten Staffel kriegt man so ein bisschen gehintet, was so der Twist sein wird in der zweiten Staffel und der macht das sehr, sehr, sehr gut. Also da hab ich wirklich durchgehend Gänsehaut gehabt in der zweiten Staffel. Aber ja, man muss sich halt erst mal durch 26 Folgen quälen, damit man diesen Twist genießen kann. Das ist mir nicht wert. Gezahlt hab ich nicht. Ich hab auch das Problem beim Rewatchen von Anime, die ich eigentlich mag, so ein Fullmetal Alchemist Brotherhood. Das hat über 60 Folgen, glaub ich? Nee. Ja. Ach nee, schaff ich nicht. Egal, wie gut Brotherhood war, das schaff ich nicht noch mal. Ich glaub auch, dass man das nicht noch mal komplett angucken kann. ist es was ganz anderes. Ja. Ich wollte das zum Beispiel, Brotherhood wollte ich zum Beispiel auf Netflix mit meinem Bruder anfangen. Also um es halt noch mal zu sehen, weil er hat es auch noch nicht gesehen. Und da hab ich leider irgendwelche komischen Tonprobleme, wenn ich immer, wenn ich Brotherhood anfangen möchte. Das habe ich irgendwie bei ein paar Serien immer mal auf Netflix, dass dann der Ton einfach asynchron wird und aussetzt und alles mögliche. Und das ist so, äh. Das ist richtig schade, vor allem bei so einer langen Serie, Very Full Metal Alchemist, Brotherhood. Oh. Ähm. Aber ich weiß noch, dass ich, also da hab ich angefangen mit Anime, da hatte ich noch mal ein ganz anderes Mindset. Da haben mich 50 Folgen Anime noch nicht gestört. Da hab ich sowas wie Soul Eater mir zweimal hintereinander gegeben. Zweimal hintereinander. Das sind 100 Folgen. Ja, kenn ich. Erst mal komplett Naruto gucken und komplett Bleach aufholen. Kenn ich. Ja gut, so extrem war ich auch dann damals nicht. Ja, nee. Doch, Mann. Das ist ein bisschen hart hier in Naruto und Bleach nachholen. Doch, Naruto lief ja im Deutschen Fernsehen. One Piece nachholen. Easy, easy. Nee. Und davon kenn ich aber auch Leute. Die gucken komplett One Piece einfach einmal im Jahr und da denkst du so, hast du die Zeit dafür? Was machst du denn? Warte mal. Das kann ich gar nicht vorstellen. 800 Episoden. Geht das Zeitlich überhaupt? Mal 20 Minuten, denn One Piece hat ein komisches Episodenformat. 16.000 Minuten. Durch. Äh. Aber ich kenn auch Pavel, der sich jedes Jahr Bleach einmal anschaut, aber dann die Fillerstaffeln rauslässt. Also der, 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 der schaut dann wirklich nur Serien, die keine, äh, Folgen, die keine Filler sind bei Bleach. Ja, das, das sind nur 260 Stunden in One Piece. Das ist eh. Ja, easy peasy, ne? Ja. Das ist ja nur 11 Tage. Guck. Die schauen dann quasi nichts anderes im Jahr. 11 Tage nicht eben. Die schauen dann jährlich einmal One Piece und das ist alles, was sie an Anime sehen. Das Problem ist, Kevin, ich weiß nicht, wie weit können wir da Anime mit anderen Medien zu vergleichen? Weil wenn dir jemand sagt, ich hab 260 Stunden in dem Spiel abgeliefert, dann, dann kommt, glaub, wahrscheinlich der innere Gamer raus und sagt, hä, ich hab 500 Stunden, du Lugger. Ne? Ey, da bin, da bin ich auch überhaupt nicht so, was das angeht. Ich spiele, also ich spiele generell auch nicht lang. Das längste, was ich gespielt hab, ist Counter-Strike mit über 400 Stunden, aber da hab ich mittlerweile auch keinen Bock mehr drauf. Ansonsten hab ich in den meisten Spielen immer nur so knapp über 100 Stunden. Der auslängliche Spiel. Aber, aber Spiele haben halt auch den Vorteil, dass ich nebenbei noch was laufen lassen kann. Dass ich dabei noch ein gutes Nebenbei-Medium immer laufen lassen kann. Jetzt irgendein Stream, irgendwelche Videos, Podcasts oder sonst irgendwas. Bei Anime muss ich mich 100% drauf konzentrieren. Außer ich rewatche sie. Aber sonst muss ich mich 100% drauf konzentrieren. Ja. Sag der, der live-tweetet. Ja. Ja gut, damit hab ich dann tatsächlich kein Problem, weil entweder pausier ich oder es ist grad wirklich so irrelevant, was da passiert, dass ich kein Problem damit hab, jetzt einfach mal live zu tweeten. Das Pausieren haut mich voll raus. Ist richtig wie so ein Break. Und dann muss man wieder neu anfangen. Mich stört das tatsächlich überhaupt nicht. Also, ähm, ich weiß nicht. Ich bin jemand, der da immer relativ schnell wieder die Atmosphäre einfach wieder aufnehmen kann. Wenn ich jetzt, ähm, an meinen Watch die letzten zwei Wochen von Princess Principal denke, äh, was ich ja auf Anime On Demand geschaut hab und dann aber auch nebenbei immer noch so, äh, Screenshots machen möchte. Anime On Demand hat leider den Nachteil, dass wenn man pausiert, dass dann auch dieses, äh, Overlay noch da bleibt, dass ich halt jetzt kein, kein Screenshot einfach so machen kann. Das heißt, um zum Beispiel, da gab's, äh, das gab's mehrmal in der Serie, wenn ich drauf gewartet hab, also wenn da irgendein schönes Bild war, das ich screenshotten wollte, drauf gewartet hab, dass die Untertitel weggehen, weil die sind auch Hardsubs, die kannst du nie ausschalten, ähm, und, 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 und dann die nächste Szene schon kommt und ich seh, da sind diese paar Frames, wo keine Untertitel sind und noch nicht die Transition zur nächsten Szene, dann wird so oft zurückgespult, bis ich die Szene erwischt hab, um ein Screenshot zu machen. Da hammerst du auf den Knopf drauf. Ja. Da bin ich eiskalt und mich stört das auch überhaupt nicht, also, äh, ich bin dann danach auch noch locker in der Atmosphäre drin. Nee, ich hatte schon gar keine Lust, so lange auf diesen Screenshot-Augenblick zu warten und zurückzuspulen, wenn's nicht funktioniert, da wär ich schon draußen. Nee, nee, nee. Hast du, wie gesagt, bei mir ist das nicht, ich find das super. Ich find das pausieren. Auch bei Made in Abbas hätte ich das jetzt mehrmals, aber, naja. Ich find das pausieren toll. Ich find das eine tolle Angelegenheit. Ein tolles Feature. Ja. Bei VHS hab ich immer so, ah, das hat mir immer so wehgetan, auf Pause zu drücken, weil halt, äh, ja, das ist ein Problem, das ist Gott sei Dank in der Vergangenheit und gestorben und begraben, dass der Lesekopf von der VHS, bei der Pause, halt dann sich anschmiegt an das Band und überarmt und hierin ist und da weißt du ganz genau, wenn ich da jetzt auf Pause drück, kill ich mein Tape mit einer Zeit. Die Vorstellung, dass du dir deine, dein, dein Speichermedium ein Butt machst, weil du auf Pause strückst. So gut, dass das der Vergangenheit angehört. Klar, man kann auch Stop drücken, aber, nee. Stop hat sich auch dann wirklich als ein bisschen was Endgültigeres angefühlt bei der VHS. Das war schon cool, diese, ich mein, bei DVD auf Stop drücken ist ja schrecklich querlich, ne? Also zumindest hab ich das immer so erlebt, die Hälfte meiner DVD-Player, wenn du da auf Stop drückst, bist du gearscht. Ja. Dann kannst du nämlich von vorne anfangen. Ja. Oder das Kapitel wieder anfangen, weil der merkt sich ja nicht, wo du Stop gedrückt hast. Dann musst du auf Pause drücken. Ja. Exakt. Hm. Nee, ich liebe die moderne, äh, digitale Medienwelt dafür abgöttisch, dass ich jederzeit stoppen kann, da wieder hinspringen kann oder einfach weiterspringen kann. Weißt du, wenn du denkst, oh Gott, ich, ich werde dir wahrscheinlich den Anime abbrechen, wenn ich jetzt nicht die nächsten paar Zehn Sekunden überspringen könnte, weil es jetzt zum Beispiel mal so eine unglaubliche Peinlichkeitsszene ist, so eine Fremdschäne-Szene, die hasse ich ja so wie die Pest. Da spring ich gern mal drüber. und die Macht, die mir da das Digitale verleiht. Ich glaube, ich habe die Macht. Ten out of ten would pause again. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, würde ich wahrscheinlich viel mehr Animes abbrechen. Muss ich dazu sagen. Das ist mein, mein Pflasterchen, das mir hilft, ähm, mehr auszuhalten. Eines der Pflasterchen. Ja, äh, es, 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 es stimmt schon. Ähm, wenn ich da jetzt so denke, jeder hat ja irgendwie auch manchmal so seine eigenen Probleme in manchen Medien. Äh, Chris hat ja zum Beispiel Probleme mit Body Horror und muss ich deswegen so ein paar Szenen in Made in Avers überspringen. Ja. Ähm, und, äh, das ist, pausieren ist ein praktisches Feature. Ja, aber ich glaube, dass da eigentlich wir uns alle drüber einig sind, oder? Ja, du, ich benutze es viel zu oft. Ich muss es mir mal abgewöhnen. Besonders bei Animes, wo ich dann irgendwas auszusetzen habe, da muss ich dann pausieren, damit ich im Zimmer auf und abtigern kann und von mich hin so renten. Was zum Geier haben die sich gedacht, die blöden Volltrottel? Das, das spüre ich auf so einer ganz spirituellen Ebene. Das ist, das ist auch interessant, ja. Ja, ähm, bei Black Clover. Oh. Das kann ich mir gut vorstellen. Black, Black Clover, Black Clover ist ja immer noch eine, äh, recht witzige Angelegenheit, wenn ich dran denke, ich war ja letzte Woche bei Crunchyroll zu Gast. Ach ja. Wo wir über die neue Season gesprochen haben. Und da hab ich gefragt, was ist das Besondere an Black Clover? Weil ich hab's ja nicht gesehen und ich wusste nichts darüber. Und die beiden konnten's mir absolut nicht sagen. Das war herrlich. Das war der beste, da, da hab ich mich überlegen gefühlt. Oh Gott. Aber ich versteh's auch nicht, das war so gehypt und auch der Manga ist ständig mit seinen Kapiteln in den, äh, in den Top Ten. Und warum? Der ist immer Platz drei in letzter Zeit am Sean & Jump und ich, ich, keine Ahnung. Ich, ich versteh's nicht. Die Menschen verdummen einfach. Vielleicht ist der Manga gut. Das sind die Medien heutzutage. Also wirklich selten ist es mir so ein Rätsel gewesen wie da. Und dann bei Crunchy die ganzen Kommentare, ja, die erste Episode war jetzt nicht so gut, aber vielleicht legt sich das noch. Oh, du bist ja naiv. Hey, Hoffnung. Ja, hey, ein bisschen optimistisch sein und dann kann man sich später immer noch abbrechen. Ich mein, am Anfang ein bisschen optimistisch zu sein, find ich ja immer nicht schlecht. Ich bin auch jemand, der tatsächlich immer so einen negativen Hype auf Filme und Serien überhaupt nicht abkann. Ich kann das nicht ab, wenn jemand wirklich von vornherein, auch wenn er das Produkt noch nicht kennt, äh, beziehungsweise die Serie, den Film, was auch immer, ähm, direkt negativ dem gegenüber eingestellt ist. Ich bin jemand... Oh doch, das hat den Vorteil, dass man nur positiv überrascht werden kann. Ja, es stimmt. Allerdings, wenn du da reingehst mit absolut null Erwartungen, mit eher... Ja, ja, wenn du da reingehst mit neutralen Erwartungen, mit null Erwartungen, aber nicht mit minus Erwartungen. Ich find immer, wenn du da wirklich negativ reingehst in so ein Ding, dann muss es schon sehr gut sein, damit es sich überzeugt. wenn es 0815 wäre, dann... Und du immer noch ein negatives Mindset hast, dann bist du ja immer noch irgendwie so gestört davon. Ich finde im Gegenteil. Also ich bin ja so ein Mensch, ich bin ja immer eher ein bisschen negativ, vorsichtig negativ. Und also, ich hatte mehr positive Überraschungen in diesem Jahr als manch andere, glaube ich. Die Sache ist auch die, Kevin, du gehst ja nicht unbedingt in eine negativen Meinung rein, im Sinne von wegen, du suchst jetzt jeden einzelnen Fehler und regst dich daran auf. Klar, sowas kann man auch machen, aber du gehst eher mit der Meinung ein, ja, so psychologisch selber dich austrickst und so ein bisschen Gefühl, ach, das wird alles scheiße sein. Und ach, die werden diese Szene bestimmt versaut haben und das werden sie bestimmt auch schlecht gemacht haben und das hat bestimmt zu wenig Zeit bekommen und dann, ja. Mit solchen Erwartungen wirklich an Serien, Anime und Filme und sonst irgendwas ranzugehen, bin ich überhaupt kein Fan von. Also ich bin, ich bin auch jetzt niemand, der die ganze Zeit immer alles hypt oder so. Das kann schon mal passieren. Das, wenn ich, dass ich mich durchaus mal auf irgendwas freue, aber generell finde ich es eigentlich immer schöner so ein bisschen mit positiven Gedanken oder halt wirklich so, so komplett neutral. Ich lasse mich jetzt einfach komplett drauf ein, keine, ich mache mir vorher keine Gedanken drum. Ich meine, das kann man jetzt nie 100 Prozent vermeiden, aber dass man das so gut wie möglich vermeidet und, und, und dann halt einfach die Serie auf einen zukommen lässt, sozusagen. Und ich finde, wenn man, also ich empfinde das zumindest weniger als Problem, wenn ich jetzt enttäuscht werde, wenn ich jetzt mit positiven Mindset da rangehe und dann enttäuscht werde, dann ist mir das weniger ein Problem, als wenn ich jetzt mit einem negativen Mindset an etwas reingehe und, 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 und dann, ja, dann vielleicht bei diesem Mindset auch einfach bleibe, weil es mich nicht weiter überzeugen konnte. Ja, du, ich muss auch dazu sagen, das ist schon ein bisschen extreme Methode und die wende ich allerhöchstens mal an bei Realfilmen. Ne? Na ja, 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 wenn, wenn dann die Analyse realist. Hast du Death Note eigentlich gesehen jetzt mittlerweile, Matze? Du hast ja mittlerweile Netflix. Netflix Death Note? Ja. Ah, okay. Wird wahrscheinlich auch gar nicht gucken. Ich muss zugeben, ich bin nicht der gigantische Death Note Fan. Ich mag zwar die Serie und den Manga, aber, ähm, wenn du mir jetzt die Wahl stellst von Animes, die ich nochmal schauen kann, dann wäre Death Note wahrscheinlich nicht auf dem obersten Platz. Danke. Nein, also der wird ein bisschen weiter unten rumgummelt. Danke. Dieter, ich hab diesen Hype, ich hab diesen Hype gehasst. Ihr müsst euch vorstellen, gefühlt der komplette Jahrgang damals, als ich in der achten Klasse war, hat Death Note gesehen. Auch wenn sie sonst keine Anime gesehen haben und ich war so angenervt. Es war ja auch ganz gut, aber die haben es einfach tot gehypt für mich, nachdem ich es gesehen hatte. Oh, hast du das gesehen? Und hier ist das passiert und endlich so, boah. Ich musste immer an früherer Podcasts denken, wo Pavel mal noch dabei war ausnahmsweise. Und wenn, wenn, wenn es dann mal um Death Note ging und er dann halt, und er dann auch so über diese Hype-Kultur von Death Note geredet hat und dann immer so und halt auch so immer darüber gesprochen hat, ja, dass Death Note für ihn völlig überhypt ist und dann wahrscheinlich die meisten auch nach Folge 26 oder so, ich weiß jetzt nicht, wo der Twist genau passiert, dann abgebrochen haben, aber vorher alles gut finden, alles gut. Ja, ganz schlimm. Ich hasse es, ganz schlimm. Schön, dass viele mit Death Note reingekommen sind, aber der Hype war katastrophal. Ist, glaube ich, immer noch der meistgehypteste Anime, oder? Ja, immer noch der meistgesehenste auf MyAnime-List. Ja, das H-Wort ist für mich mittlerweile ein Un-Wort. Hype! Hype! Ein Undinge. Ja, aber ich muss sagen, bei mir hat es generell nicht irgendwelche Einflüsse darauf, ob ich ein Anime weitergucke oder nicht. Es hat einen Einfluss darauf, ob ich ihn anfange oder nicht. Definitiv. Also, der Diskurs um den Anime... Hype umgehst du, Hype-Anime umgehst du dann wahrscheinlich, oder? Es kommt drauf an. Wenn der Anime irgendwie in meine Richtung fällt und da ist viel geredet drum, dann kann ich mich eigentlich schlecht dem entziehen. Weil die Neugier, die brennt dann. Ja, so geht's mir auch hin und wieder. Also, ich bin jetzt, ich bin zum Beispiel auch niemand, der jetzt generell immer gegen Hype-Anime gehen würde. Es gibt ja auch manche Hype-Anime, die mir gefallen haben, wie zum Beispiel Erase, das hat mir halbwegs gefallen. Oder Steinskate war damals auch ein Hype-Anime. Echt? War der sogar Hype? Akamekakill war auch ein großer Hype. Und das hat mir auch halbwegs gefallen. Ja, Steinskate war glaube ich wirklich der Hype-Anime 2011, glaube ich. Krass, da merke ich wieder, dass ich 2011 voll raus war. Und ich meine, es gibt auch vieles an Hype-Anime, was mir jetzt nicht gefällt, neben Tag on Titan oder Sword Art Online. Wobei Sword Art Online jetzt immer so ein zwiegespaltener Hype ist zwischen Hass und Liebe. Gleich, wenn ich dann mit meinem Thema dran bin, wird das noch ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Du warst bei dem giftigen Haarwort. Beim Hype, genau. Ich finde das nicht so schlimm. Es kommt immer darauf an halt, wie man selbst sich mit dem Hype in Verbindung bringt. Ich bin jetzt, also ich habe es mir jetzt über die letzten Jahre eher abgewöhnt, jedem Hype hinterher zu springen und auch eher skeptisch zu sein, wenn was gehypt wird. Aber ich habe auch kein Problem damit jetzt einfach mal reinzusehen und halt zu gucken, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das jetzt nicht. Ich sage, ich gehe da jetzt nicht direkt negativ rein, nur weil es gehypt ist. Weil wenn es gehypt ist, dann hat das ja irgendeinen Grund. Das ist die Hoffnung. Naja, dann spricht es aus irgendeinem gewissen Grund eine Vielzahl an Leute ein. Das ist schon wahr. Ja, aber das sind ja meistens die Leute, die noch nie viel gesehen haben. Ja, 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 klar. Das ist mein Problem. Weswegen ich bei Hype-Anime immer erst auf Abstand gehe, weil ich weiß, dass es mich in irgendeiner Form beeinflussen wird. Sei es positiv oder negativ. Deswegen warte ich immer einen Augenblick, bis die zu Ende sind und gucke sie dann. Meistens Ausnahme in My Hero Academia. Nee, ich habe da, bei mir regen sich da jetzt noch zwei weitere Köpfe von der Hydra. Und zwar, einmal ist es bei mir der Drang zur Nische. Ich liebe es einfach nach dem schwarzen Schaf zu suchen, die keine Sau kennt und die ich dann hier feiern kann. Und andersmal ist es auch dann der Trotz. Wenn irgendetwas als schlecht gilt im großen Volksmund, dann denke ich mir auch, als ob die große Menge Ahnung hätte von Anime, um sich selber zu prüfen. Das kenne ich. Ihr kennt mich mal. Nee, man kann toll damit umgehen, mit dem, was gerade massenpopulär ist. Man kann da von sich beeinflussen lassen. Man kann dagegen strömen. Macht alles Spaß. Ja. Ach, bei Nische musste ich gerade an Concrete Revoluzze denken. Man sehe, dass nur 16.000 Leute die erste Staffel eingetragen haben und die Hälfte Oh, das wollte ich immer mal gucken. Das ist so cool. Guter Reminder. Oh, yes. Es vergisst halt jeder. Du. Mal gucken, wie sind mittlerweile die eingetragenen Nutzer bei Funovo Amu, also bei The Great Passage? Auch noch 16.000. Oh, das wollte ich auch mal noch gucken. Das ist irgendwie voruntergegangen bei mir. Ich hab die erste Folge geguckt und dann war es aus meinem Gedächtnis raus. Ah. Einige der seltenen Beispiele, wo das der Fall war. Ja, es ist halt so schlimm, also es gibt halt auch wirklich viel in der Nische, so was, was mir halt immer extrem gefällt und sei das jetzt, dass es daran liegt, dass man halt wirklich vorher noch nichts davon groß gehört hat und man deswegen einfach so, so jetzt neutral oder positiv rangehen kann, weil man einfach irgendwie nicht, nicht, nicht genervt ist von dem Hype, weil der keinen hatte. Oh ja. Und man dann halt auch so ein bisschen angeben kann, guck mal, ich hab das hier gesehen und ihr alle nicht. Du, aber ich muss ehrlich sagen, bei Concrete, das könnte ein Kandidat für viele Leute sein, der wahrscheinlich fallen gelassen wird nach ein paar Episoden. Ja, weil die Leute nicht gerne nachdenken, wenn sie an mir sehen. Weil die denken? Boah, fast so schlimm wie lesen, ne? Ja. Das ist schon. Nee, also, gibt's einige Animes, die machen's einem nicht so einfach. Ja. Beziehungsweise bei Concrete, ich kann's mir richtig so bildlich vorstellen, hab ich so ein Avatar des Animes vor mir, der mich dann so hier rausfordert. Guck doch weiter, guck doch weiter. Du verstehst sowieso nichts, ich sorg dafür. Ich muss grad noch mal diese Bilder zu Concrete raussuchen, wo diese riesengroßen Zusammenfassung war, wo die Leute versuchen, irgendwie die Story in eine Reihenfolge zu bringen. Das ist einfach das Beste da dran. Das klingt unsagbar interessant, ich muss nachher mal irgendwie rausfinden, wo ich's kommen kann. Es ist unsagbar. Dice-Toki gibt's, glaub ich, noch bis zum 31., oder? Oder ist Dice-Toki ab September schon? Ja, du kannst es dir diesen Monat, kannst es dir noch auf Dice-Toki anschauen. Oh, ein Träumchen, da werd ich was machen. Und dann ist Dice-Toki leider weg. Oh. Auch sehr ärgerlich. Ja. Das war auch eine Menge schöne alte Animes drauf. Trauer. Müssen wir wahrscheinlich, wenn's dann weg ist, so ein kleines bisschen für ihn Trauer-Symonie anstellen. Ich hoffe, dass danach, wenn Dice-Toki weg ist, dass dann mal so schnell wie möglich auch endlich die News kommt, wann KSM hier endlich mal Complete Revolution Deutschland rausbringt. Weil die haben das lizenziert, seit es gelaufen ist, aber es gibt einfach immer noch keine Infos zum DVD- und Blu-ray-Release. Hm. Warten die darauf, das weiter zu lizenzieren? Weißt du, dieser typische Suppe-Lizenz-Kram? Hä? Ja, wenn die Verleger flächendeckend Lizenzen einkaufen, selbst für Länder, wo sie überhaupt keine DVDs und Blu-rays vertreiben, damit sie das dann weiter lizenzieren kann und daraus Geld schlagen können. Ach so, nee, das bezweifle ich, dass die sowas machen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das im deutschen Anime-Markt zumindest schon mal vorgekommen ist. Es gibt einige, die haben anscheinend immer riesengroße Probleme, irgendwas zu vertreiben. Ich mein, wenn ich jetzt an Attack on Titan denke, wofür KZ einfach mal vier Jahre gebraucht hat, um die DVD rauszubringen. Und bei Concrete haben wir jetzt, glaube ich, auch schon fast zwei Jahre erreicht. KSM, bitte. Der Tobias ist ja leider nicht mehr bei KSM, mit dem wir schon einen Podcast gemacht haben. Der ist ja jetzt bei Bande Namco. Ich hoffe, irgendwer anders von KSM verfolgt uns noch. Ich hoffe. Ja, also ganz ehrlich, Senobia, dein Thema hat schon wieder sich ausgebreitet und die Wurzeln geschlagen. Ja. Da könnte man gleich ein paar andere Themen aufschreiben. Ich war so schlau und hab mir dieben Stück aufgeschrieben, damit ich die Auswahl hat. Gib mir danach mal die Liste von denen, die du nicht angesprochen hast. Die kommen einfach im Laufe des Tages. Ja, damit ich mal gucken kann, was man vielleicht danach noch verwenden kann. Ja, du, die meisten sind scheiße. Also, auch wenn ich den ganzen gestrigen Tag dazu gebraucht habe, mir sie einfallen zu lassen. Ja, gestern hat mein Hirn nicht richtig funktioniert. Es war einfach viel zu lahm. Okay. Auch dezent überfordert mit, oh, schade. Thema aussuchen. Ich dachte mir, wird das präsentiert? Ja, Frame, das ist live. So. Hast du irgendwas an Themen, Kevin, die du direkt reingreifen bei Senobias? Nein, dann doch nicht. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über Sword Art Online und ich hätte da ein recht interessantes Thema, wo ich auch ein bisschen aus meiner Vergangenheit auch erzählen muss. Und zwar geht es um Self-Insert-Charaktere. Und Sword Art Online hat ja auch Kirito, was ein ziemlicher Self-Insert-Figur ist. Also halt wirklich so eine Figur komplett ohne Charakter. Und halt wirklich nur dazu da, dass man sich in sich hineinversetzt. Ich meine, der einzige Charakterzug in Kirito irgendwie hat ist halt, dass er mutig ist und dadurch den Plot vorantreibt. Bam. Und ich hab ja früher Sword Art Online noch gemocht, so, als ich auch neu ansteiger im Anime war. Ach so, Alter. Und ich hab's dreimal gesehen, die erste Staffel. Dreimal. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir in der Schule, das war entweder in der achten oder neunten Klasse, ich weiß es nicht mehr genau, in Englisch einen Vortrag halten sollten über uns selbst, wo wir uns selbst repräsentieren sollten. Und dann hab ich tatsächlich in meinem Vortrag erwähnt, dass ich mich selbst mit Kirito verbunden fühle. Wo ich mir heute im Nachhinein denke, Alter, du bist voll auf den Trick des Autors reingefallen. Achtklässler-Syndrom. Ja. Ja. Wo ich mir halt auch so überlege, inwiefern das eigentlich schlecht ist oder gut ist oder was man überhaupt jetzt so, also was ihr zum Beispiel davon haltet, von so Self-Insert-Charakteren. Ich mein, wenn ich heute auf Sword Art Online zurückblicke, das ist einer der wenigen Anime, den ich auf meiner Anime-List eine Eins von Zehn eingetragen habe. Aber ich kann es nun mal sehr gut verstehen, wenn man als Neuansteiger, wenn man da ein Anime anfängt und mit Sword Art Online schaut und es einem gefällt, dann kann ich das nun mal sehr gut verstehen. Weil das hat halt wirklich so quasi diese Falle des Autoren, dass man sich halt irgendwie mit Kirito verbunden fühlt, obwohl er im Prinzip keinen Charakter hat, aber man sich selbst in ihm wieder sieht, einfach weil man wahrscheinlich selbst auch diesen Plot vorantreiben würde. Weil man selbst auch so irgendwie denkt, dass man in dieser Welt dazugehören möchte. Dazu hat Sword Art Online ja ein recht aktuelles Thema mit Virtual Reality, was da natürlich auch noch mal viele anspricht, wo man auch gerne in dieser Virtual Reality-Welt wäre. Du siehst es zwar nicht, ich hebe aber ganz energisch meine Hand. Und zwar, was ganz wichtig ist, was wir von vornherein klären müssen, Begriffsklärung. Weil eigentlich ist ein Self-Insert-Charakter, ja, kenne ich so aus der Literatur, dass der Autor sich sozusagen als Hauptcharakter in seine Geschichte schreibt. Und das ist ja was anderes als das, was du meinst. Du meinst ja, das Milchtoastbrot der Charakter, der Jeans ist, der ziemlich flach und Standard allgemein ist, damit sich der Zuschauer in ihn reinversetzen kann. Zeigt gleich aber, gerade weil Kirito ja irgendwie auch eine Power-Fantasy ist. Ja, klar, Power-Fantasy braucht der Zuschauer, ne? Aber was ist dann der Ausdruck für so eine Figur? Weil ich kann das jetzt wirklich nur als Self-Insert. Ich weiß auch, dass mit Chris habe ich zum Beispiel darüber auch letzte Woche irgendwann nur mal so kurz geredet, als die Ankündigung kam, dass man in dem neuen Sword Art Online-Spiel jetzt seine eigene Figur erstellen kann. Und dann Chris so als Scherz meinte, hey, man kann jetzt seine eigene Figur mit einem Self-Insert-Charakter ersetzen. Also den Self-Insert-Charakter ersetzen und seine eigene Figur machen und sich dann trotzdem self-inserten. Sozusagen. Also ich kenne das jetzt wirklich nur unter dem Ausdruck, sowas wie ihr jetzt eben meintet mit der Autor schreibt sich selbst rein, sowas kenne ich eher so wie irgendeinen anderen Begriff schon mal dazugehört. Mir fällt da jetzt gerade nicht ein. Also im Englischen ist es definitiv Self-Insert. Kommt größtenteils auch, ja, in unserem Bereich kommt es natürlich auch aus der Fan-Fiction. Oh ja, das war auch mein erster Flashback. Mary und Gary Sue? Ja. Ja, aber die Soos sind ja viel zu, also schlechte Charaktere, weil sie perfekt sind. Ja. Ja, aber so sehen sich ja die meisten Fan-Fiction-Autoren. Ja, nee, die Leute sehen sich nicht als perfekt, sie haben einfach nur den Drang, dass sie in ihrer eigenen Welt halt unantastbar sind und beziehungsweise da leben sie ihre Fantasien aus, von wegen, wie toll sie doch sein könnten. Ich habe eine Menge Animes auch im Kopf mit Charakteren, die direkt sozusagen den Autor widerspiegeln. Allein, selbst unter meinen absoluten Lieblingen, wie zum Beispiel bei Legend of the Galactic Heroes, es ist auf jeden Fall so, dass einer von den Hauptcharakteren so ein kleines bisschen der Autor sich mit reingeschrieben hat. Der Autor ist ein totaler Fan von Geschichte und Historienkram und der eine Hauptcharakter hat eigentlich gar keinen Bock auf Soldatenleben, sondern ist eigentlich nur beim Militär, weil er dafür halt sein Studium bezahlt bekommen hat, denn er will Geschichtslehrer und Geschichte studieren, will machen. Und dann denkst du dir auch, ja, ein Autor, der die ganze Romanreihe eigentlich nur schreibt, weil er ein Geschichtsfan ist und dann hat er einen Hauptcharakter, der eigentlich nur Geschichte studieren will, das hat so ein bisschen was miteinander zu tun, müsste man meinen. Jetzt sehen wir es mal so, bei Sword Art Online könnte Kirito ja auch ein Self-Insert, also in dem Sinne ein Self-Insert-Charakter sein, wenn der Autor selbst aber da weiß ich nichts drüber, so ein Gary, sich so als Gary Suu betrachtet und ich meine, bei seinem Schreibstil würde ich auch sagen, dass er ein ziemlicher Amateur ist, aber hey, das ist schwer, weil, ich kann ja auch nicht genug Japanisch, um einen japanischen Schreibstil gescheit zu begutachten. Es kommt halt natürlich dann drauf an, wie man die Übersetzung betrachtet. Ja, bei der Übersetzung muss man auch vorsichtig sein. Es kann sein, dass die das schlechter macht, besser macht oder genauso gut drüber bringt, wer weiß. Also wenn man das Original nicht kennt, dann kann man es so schwer sagen. Ja. Das macht einen irgendwie dann kritisch ein kleines bisschen Mundtot. Obwohl ja, man kann es trotzdem sagen, man kann es zumindest dann sagen, die deutsche Fassung ist nö. Es gibt ja leider keine deutsche Fassung, man muss es auch englisch lesen. Naja, es hätte mal eine deutsche Fassung gegeben und die hatte ich damals sogar vorbestellt. Echt? Ja, aber nach zwei Jahren oder so hatten sie dann irgendwann aufgegeben, das rauszubringen. Okay, es gibt es auch gar nicht, oder? Um nochmal kurz abzuschweifen. Naja, es gibt schon so ein paar. Also es gibt Acel Volt zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen. Es gibt Black Bullet auch aus irgendwelchen Gründen. Ist das was Gutes? Äh, jetzt die Frage, was ist gut, aber... Gute Leid. Also, mir fehlt da jetzt nur vielleicht All You Need Is Kill ein, aber das ist auch nur ein Band. Ach stimmt, das habe ich aber mal gelesen. Äh, Another ist jetzt keine Light Novel, aber da gibt es auch eine deutsche Übersetzung von. Sonst keine Ahnung. Merke, der Markt stimmt in Deutschland. Ja. Also, ganz ehrlich, Kevin, ganz kurz zurück zum Thema. Mir fällt jetzt gerade nicht das, ähm, das Fachwort ein oder weiß ich gar nicht, ob es ein Fachwort gibt für einen Charakter, der nur dazu da ist, dass der Zuschauer sich reinzusetzen kann. Wish Fulfillment Charakter ist das Einzige, was mir einfällt dazu. Okay. Habe ich in irgendwelchen Reviews mal gelesen, aber auch da, keine Ahnung, ob das irgendwie der wirklich richtige Begriff ist oder einfach das geringste Übel ist, worauf man sich geeinigt hat. Also, wenn man im Anime-Bereich ist, könnte man es vielleicht als, als den Protagonisten-Mac bezeichnen, weil es ja einfach nur der Protagonisten-Mac, das ist ein guter Begriff, der gefällt mir. Weil es ist ja einfach nur, ist ja nur ein Anzug, den du dir selber anziehst, beziehungsweise einen Mac, wo du nur reinschlupst und steuerst, ne? es stimmt nicht wirklich so ganz, aber ich weiß, was du meinst. als du steuerst, du bist halt nur dabei und siehst dich quasi selber in dieser Rolle und es gibt ja genug Light-Novels und Manga und was weiß ich und halt dementsprechend doch Anime, die halt so gemacht sind, wie jetzt zum Beispiel Sword Art Online oder auch ReZero. Es ist eine altbewährte Tradition in der Fiktion und da ist ja nicht nur Anime und Manga von betroffen. Aber ich persönlich muss sagen, das macht es mir ehrlich gesagt schwerer, mich mit dem Charakter zu identifizieren. Ja. Weil meine Sympathie kommt hervor. Wenn man halt älter ist und so langsam verstanden hat, dass das nur so ein billiger Charakter ist. Ich denke auch, je jünger man ist, desto besser und angenehmer ist es für einen. Ja. Deswegen, ich war in der achten Klasse. Ja, Walk-Up ist ja auch, also ich hätte, meinte ich auch schon ein paar Mal, ich hätte es mit 12, 13, 14 auch hart gefeiert. Also komplett. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das wäre voll meins gewesen. Aber etwas älter, ein etwas reflektierter fühle ich mich in meinem Intellekt teilweise, glaube ich, beleidigt. Du, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin altklug zur Welt gekommen. Ich habe das nie wirklich lieben lernen können. Also du bist, bist du noch nie auf so eine, auf so eine Autorenfalle reingefallen an einem Wish-Fulfillment-Charakter. So im Sinne von wegen, oh, das ist genauso, wie ich sein würde. Nee, ich hatte, ich hatte eine ganze Menge Idole gehabt. So im Sinne von wegen, so wie der. Das ist auch interessant. So im Sinne von wegen, so wie der. So in gewisser Weise wie der möchte ich es später auch können oder auch sein, also Vorbilder hatte ich schon in fiktionellen Charakteren. Aber so einer, wo ich dann gesagt habe, der versteht mich, der weiß ganz genau, was ich will. Das hatte ich eher gesagt nicht. Boah, das hatte ich tatsächlich im Ansatz bisher erst einmal. Ich habe wirklich mein Leben lang nie verstanden, wenn Leute mal sagen, oh, ich kann mich mit dem Charakter zu 100% identifizieren. Dann denke ich mir so, okay, ich bin vielleicht ein bisschen nicht neidisch, aber ich finde es schade, dass ich das nicht hatte. Aber wo das am ähnlichsten rankommt, ist tatsächlich von Soundyphonium Kumiko. Ich wusste, ich wusste es. Wirklich. Das ist das erste Mal, so wie ich gedacht habe, ich verstehe diesen Satz. Aber vorher, und ich finde es auch immer ganz schlimm, mag ja Yoga recht gern, wenn da Leute sagen, oh, ich bin wie Eureki. Und ich denke mir so, nee, ich glaube nicht. Paul Seins, das ist der Protagonist, Hutteroth. Ach genau. Und ich bezweifle immer, wenn Leute sagen, dass sie wie Eureki sind, dass sie tatsächlich so sind. Ich glaube, sie sind einfach nur diese etwas faule. Aber es fängt einfach schon an, dass ich nicht glaube, dass sie so clever sind. Es klingt jetzt ein bisschen schriss, wenn man das sagt, aber es ist einfach so. Das gehört ja auch dazu, nicht dieses, oh, ich bin genauso faul wie er. Ja, das bin ich vielleicht auch. Ja, viele, ich glaube, viele vergessen dann auch gerne mal irgendwelche anderen Charaktertrails an diesen Figuren. Einfach nur, damit sie sich wirklich da rein versetzen können. Ich meine, vielen macht das dann auch einfach mehr Spaß, wenn sie sich dann selbst da drin wiederfinden. Ja, logisch. Ich meine, es ist ja Eskapismus. Du identifizierst dich ja oft mit einem Wunschtraum, ne? Ja. Aber dann gibt es diese ganz seltenen Ausnahmen und Zenobia, ich glaube, dir kaufe ich es dann auch ab, wenn du mit Kumiko dich identifizieren kannst, weil das ist einer von den wenigen Charakteren, der irgendwie so fast schon unangenehm realistisch wirkt. Ja, echt. Die wirken echt, ne? Es ist dann eine andere Art von Eskapismus, ne? Ja. Ist auch der Grund, warum zum Beispiel auch viele Shinji nicht mögen. Äh, ja, uh. Wer war das nochmal? Evangelion. Evangelion. Ach so, Evangelion. Get in the goddamn Robot. Shinji ist echter Teenager. So richtig, richtig. Oh mein Gott, du willst ihn links und rechts wegbatschen, Teenager. Ja, genau. Ich hab ja kein Problem mit ihm. Ich auch nicht. Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute, die ihn auf den Tod nicht leiden können, einfach was gesehen haben aus ihrem eigenen Jugendleben, dass sie auf den Tod nicht leiden können. Das ist automatisch so. Und wenn du damit deinen Frieden gemacht hast, glaube ich, hast du weniger Probleme mit dem Charakter. Aber wenn nicht, dann ist es natürlich hier, das ist wie Salz in die Wunde streuen. Das denke ich eigentlich auch. Hallo im Chat an Aki Gama, ne? Ich will die Leute im Chat nicht so vernachlässigen. Ich hab die ganze Zeit mal hier gerade so auf einen Moment gewartet, wo ich mal Hallo sagen kann. Ah! Wie höflich. Hallo. Oh, die Chatdinger, die bräuchten unbedingt Uhrzeiten nebendran, neben den Kommentaren. Bei mir haben sie das. Du kannst es irgendwo einstellen. Echt? Du kannst oben bei diesem Dreifachpunkt kannst du Zeitstampel ein- oder aus-nennen drücken. Ah, nice. Ah, ah. Technologie. Passt so gut wie der Pauseknopf, ne? Ah, ah, ah. Ja, gut. Ah, okay. Dann machen wir weiter mit Kevins Thema. Das ist zwar nicht Technology, ist eher Psychologie. Das stimmt wohl. Ja, aber ein gewisses Maß an blassen Hauptcharakter kann ich vertragen. Da hab ich nicht wirklich ein Problem damit. Meistens kann ich vertragen, weil einfach die Nebencharaktere interessant und bunt genug sind. Ja, gut, aber was wäre noch ein Beispiel? Ähm, hm. Eigentlich automatisch wollte ich jetzt auf die großen schonenden Jump-Serien gehen, aber das Problem ist, ich finde, dass die meisten großen schonenden Jump-Serien Hauptcharaktere haben, die irgendwie ein bisschen verrückt sind. nimm dir doch mal die Leute, nimm dir doch mal Son Guku aus Dragon Ball oder äh, Dings, Luffy aus One Piece. Die haben ja einen unglaublich interessanten Knacks ab, diese Leute. Ja, also ich fände auch so jemand wie Luffy zum Beispiel ist nicht unbedingt dazu da, dass man sich mit ihm identifiziert. Also, ich glaube, das ist eher so ne, so ne, äh, das ist halt so ne, so ne, so ne Comedy-Figur, damit man einfach den Spaß mit ihm hat und nicht in ihm, also jetzt sich nicht in ihn hineinversetzt. Entschuldigung. Ich weiß, das war vielleicht etwas komisch ausgedrückt, aber, ähm, also nicht, also dass man jetzt nicht den Spaß aus seinen Augen hat, sondern mit ihm halt. Ja, ein Sympathiebruch. Dass man daneben steht. Nö. Ich lache immer noch, Entschuldigung. Also, ich hab, äh, ich muss mir vorhin ein bisschen das Lachen bei Frames Kommentar verknallt, ich identifiziere mich mit Dundee aus Space Duny zu 100%. Nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Leute mit wenig Geschmack oder keinem Geschmack. Genau. Ne, äh, ich hätte ein Beispiel, aber das ist nicht unbedingt ein Negativbeispiel, eher ein Positivbeispiel. Und zwar ein aktuelles. Bei My Hero Academica, unser Hauptcharakter da drin, ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant, aber er ist, wenn man ihn so ein bisschen betrachtet, dann ist er schon so ein kleines bisschen, ein Charakter zum, für den Comic-Fan, den durchschnittlichen, zum einfach sich reinversetzen. Ja, würde ich auch sagen. Gerade das ganz krass Nerdige von ihm, wo er alles aufschreibt und analysiert. Ja. Das ist doch sehr, erkennt man sich doch bestimmt ein klein wenig wieder. Wo, ja, wobei, ähm, also für mich zum Beispiel, also ich kann's schon nachvollziehen, wenn Leute sich, äh, in ihn hineinversetzen können, aber, ähm, ich für meinen Teil sehe mich bei, ähm, My Hero Academia wirklich nur so als Zuschauer, der da auch alles nebendran betrachtet. Auch Isoku ist jetzt für mich zum Beispiel keine Rolle, in der ich mich wieder, äh, in der, also, äh, äh, Isoku ist jetzt keine Rolle, in der ich mich wiedersehen würde, weil ich nie so krass nerdig war wie er. Und, ähm, wenn ich das dann von außen betrachte, ist es halt für mich so eine Figur, die ich einfach putzig finde. Ich meine, er ist eine Figur, die auch einfach funktioniert, äh, zum Betrachten von außerhalb, einfach weil er diese putzigen Charakterzüge hat. So, also dieses Nerdige, ich find das mega putzig, dass in, äh, dass er unbedingt so ein Held, äh, werden möchte, find ich mega putzig. Das ist jetzt für mich nichts, womit ich mich selber identifizieren möchte, weil ich nicht solche Anstrebungen habe. Möchtest kein Held sein? Noo. Also, ich war auch tatsächlich als Kind niemals, äh, so jemand, der halt wirklich, ähm, äh, so, so krasse Wünsche hat jetzt, oder so. Pah, hier, 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 Astronaut werden, Polizist werden, Feuerwehrmann werden. Nee, war nicht meins. Und ich hab nie so große Wünsche und ich, äh, bewundere dann auch solche Figuren, die das halt, äh, auch haben, wie jetzt mal Isoku. Und, ähm, das ist dann, das ist dann keine Figur für mich zum, zum Hineinversetzen. Aber Isoku ist halt, wie ich damit jetzt ausdrücken wollte, eine Figur, die auch ohne diesen Hineinversetzungsfaktor funktioniert, in meinen Augen. Ja, er hat's halt clever gemacht. Er hat das eigentliche, äh, na ja, die eigentlichen Eigenschaften von einem Charakter, in den man sich reinversetzen kann, genommen, um daraus eine Identität zu basteln. Das ist so ein kleines bisschen Beta, so ein kleines bisschen, fast schon ein Kommentar darauf. Ähm, okay, jetzt, lass uns mal überlegen. Ein Charakter, das Problem ist, die bleiben mir nicht im Gedächtnis. Charaktere, die so platt sind, dass man sich in sie reinversetzen kann. Das hat einen guten Grund, würde ich mal sagen. Boah, ich muss mal überlegen. Ja, ich, ich überlege auch gerade. Ich meine, es gibt einige Figuren, die da wirklich eine, eine interessante Herangehensweise haben. Wenn ich jetzt in sowas wie Kino, aus, äh, Kinos Reise denke, das ist eine Figur, die ist sehr neutral. Also, die hat schon ihre eigenen Ansichten auf die Welt, aber die ist dazu da, damit du als Zuschauer auch dahinter stehen kannst und differenziert diese Welt betrachten kannst, äh, was die für Probleme hat oder was die vielleicht auch gut macht, so. Und, das ist ja auch quasi so, dass du dich ein bisschen selbst wiederfinden kannst, auch wenn Kino trotzdem einen klaren eigenen Charakter mit einer eigenen Geschichte und allem Möglichen hat. Ja. Das ist ein bisschen schwer, weil Kino ist so ein Charakter, den ich so ein kleines bisschen in die Leidenschaftslos-Ecke stecken würde. Es ist nicht so unbedingt, dass die keine Leidenschaft haben, aber das ist so ein Charakter ähnlich wie, äh, unser Hauptcharakter in Mushishi, die einfach mit einer gewissen Distanz zur Welt leben, das dann hilft sozusagen, auch dem Zuschauer ein bisschen Distanz zu wahren und drüber nachzudenken, über das, was passiert. Weißt du? Richtig. Aber das ist ja, das ist ja auch nochmal halt was, was da wirklich, äh, interessant aus der Reihe schlägt eigentlich, weil das ist ja, das sind ja so Serien, wo die Hauptfigur eher dazu gedacht ist, dass du wirklich neutral einfach als Zuschauer dahinter bist und dich nicht irgendwie mit einer Figur in der Serie identifizierst. Kommt aber zum selben Werkzeug, zum Werkzeug dafür, dass der Erzähler den Zuschauer oder den Zuhörer in die Welt irgendwie reinleiten möchte. Aber das Gefühl hatte ich irgendwie bei Kinos Reise nicht. Also ich hab mich schon so eher als, als Zuschauer gefühlt, der halt die Systeme hinter diesen Welten eher betrachtet und darüber nachdenkt, was jetzt an denen interessant ist, was die, was die vielleicht machen, um sich selber so ein bisschen zu ruinieren oder sich so, oder halt um sich besser dastehen zu lassen und es gibt und, 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 das ist ja deswegen auch, weswegen ich Kinos Reise so ein bisschen als philosophisch betrachten würde, weil eine philosophische, philosophische Schrift ist ja auch nicht dazu da, um dich in irgendwas hinein zu versetzen, sondern nicht, um dich über ein System oder etwas ähnliches nachdenken zu lassen. Aber dafür ist der Kinokarakter halt super gut geeignet, der hilft es, der unterstreicht es. Stell dir jetzt mal vor, der Hauptcharakter wäre jetzt jemand, der wirklich an den ganzen Problemen und Sachen, die er da denkt, wirklich mitgerissen wäre und teilweise fast zerbricht, wenn es dann so eine Charakterdrama-Angelegenheit wäre und Charakterentwicklung wäre, dann wird der Hauptcharakter ablenken von den eigentlichen Themen. Richtig, ja. Also das ist schon so richtig gebastelt. Und, ähm, ah, ja, eigentlich, das ist, das ist wieder das Positive. Eigentlich, ich suche nachher was Negativen für so einen Charakter, aber ich weiß noch was Positive. Es ist doch schön, dass wir immer bei dem Positiven bleiben. Wenn du einen Charakter hast, der einfach ziemlich blass ist, der dann dir, aber alltrotz deswegen dich nicht ablenkt von den eigentlichen Themen, was die Erzählung dir bringen will. Ich meine, das findest du sehr viel in Science Fiction, weil es gibt so viele Science Fiction, wo was Charakterentwicklung oder Charaktertiefe angeht, so gut wie gar nichts drin ist. Die sind einfach nur da, um den Inhalt des Filmes wiederzugeben oder voranzutreiben. Ich meine, erinnere dich an Ghost in the Shell. Na? Ja. Das war eigentlich kein Charakter zum sich reinversetzen. Der war nur, dass man da für die Story ist. Das war ja mein Trickpunkt. Ja. Also das ist auch was anderes. Scheiße. Mir ist gerade so ein bisschen, ich hab ja jetzt irgendwie nur vier Folgen Recreators geguckt, aber da war der Protagonist auch sehr leer und lahm und wirkte sehr generisch, während der Rest drumherum das Interessantere war. Ich hab's jetzt leider nicht zu Ende geguckt. Den kann ich da nicht sehr viel mehr zu sagen, aber es war sonst einer der wenigen, der mir dann noch eingefallen ist. Was ist mit dem ganz beliebten Isekai-Kram, dem Alternativ-Parallel-Welten-Gedöns? Da gibt's doch bestimmt einige Geschichten, wo der Hauptcharakter total Jeans ist zum Anziehen. Ich guck davon zu wenig. Oder mir fällt sofort Ja, von diesem Isekai-Kram, das würde ich persönlich sagen, ist das meiste Kram eigentlich zum Hineinversetzen. Sowas wie, vorhin hab ich schon gesagt, Re-Zero, Isekai, das Smartphone-Ding da. Ich weiß nicht mehr, wie's heißt. Mit dem Smartphone in der anderen Welt, ne? Und ich würd sogar behaupten, Danmachi. Hab ich auch nicht wirklich so viel geguckt. Aber Danmachi ist jetzt kein klassischer Isekai, das ist ja wirklich nur ein Fantasy-Ding. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich find, wenn du die dann vergleichst, ich würde zum Beispiel bei Danmachi eher sagen, dass es so ein Charakter der Hauptcharakter ist, zum Reinversetzen, zum Leichten, als wie bei Sachen wie Grimga. Bei Grimga hat zum Beispiel nicht so. Grimga hat, ja, Grimga hat nicht wirklich Charaktere zum Hineinversetzen, äh, weil die sind einfach, die sind dafür zu gut ausgearbeitet. Die sind zu, ja, die sind zu sehr aufgearbeitet. Das ist jetzt, das klingt vielleicht, das klingt vielleicht irgendwie blöd, aber das ist ja gerade der Grund, warum mir Grimga so gut gefällt. Und eine der wenigen Fantasy-Anime ist, die ich wirklich mag, weil es unglaublich, äh, gut ausgearbeitete Charaktere hat und auf die nun mal, äh, den Fokus liegt. Ähm, was ich auch gerade noch interessant finde, ich weiß nicht, hat das eine vielleicht von euch gelesen, was Akigama da im Chat schreibt, mein Esprit von Experience with Loneliness. Leider noch nicht. Ich versteh jetzt endlich, danke Akigama, ich versteh jetzt endlich, warum das so viele aus der Anime-Szene gelesen haben auch. Weil die alle Gaze? Als das rausgekam, als das rausgekommen ist, hab ich ja auch, äh, viel dazu auf Twitter, äh, gesehen. Und ich wusste nicht, dass das von einer japanischen Autorin ist. Äh, interessant. Werde ich vielleicht doch irgendwann mal reinlesen. Auch noch auf meiner Liste, hab sehr viel Positives gehört. Ja. Ja, Kevin, du machst das mit deinem Thema irgendwie mir nicht einfach. Ich find keine große Antwort. Nächstes Thema. Versuch halt absichtlich, den Kram zu umgehen und, äh, Charaktere zu finden, die irgendwie, ja, etwas klassischer sind. Ja. Dann mal Senovia. Ähm, bist du vielleicht schon mal wirklich auf so eine Falle? Also jetzt nicht so, wie bei Kumiko, die ist ja wirklich ein realistischer Charakter, aber so eine Hülle, bist du auf sowas schon mal reingefallen? Äh, bestimmt, aber jetzt nicht, dass ich mich aktiv dran erinnern kann. Ähm, nee, sorry, das ist eine sehr kurze Antwort, aber nee, nicht wirklich. Also, ja, es kann ja sein, dass es in unserer Jugend passiert ist, aber das haben wir alles verdrängt. Ich wollt grad sagen, sowas wird's bestimmt sein, wenn man von seiner Kindheit an einfach von Anime bescheid wird, weil die früher ja noch schön auf RTE 2 liefen oder auf ZDF ja teilweise. Ob die ist da nicht Sailor Moon? Auch damals? Egal. Ja, Sailor Moon lief, glaub ich, zum ersten Mal 95. Lief, glaub ich, auch im ZDF sogar mal. Viel passiert damals. Nee, aber nie so richtig mit identifiziert. Okay. Für mich sowieso nicht möglich, weil Mädels. Ja, das ist ja auch das Hauptproblem, die meisten sind einfach Kerle und da hört's schon auf. Ja, das stimmt wohl. Und bei sowas wie Sailor Moon, das war mir zu weiblich. So mädchenhaft war ich einfach nie. Da hörte das auch schon wieder auf. Ah, ich frag mich, ich frag mich, ob meine Vorliebe für weibliche Actionhelden daherkommt, dass ich nicht so den Drang hab, mich mit Hauptcharakteren zu identifizieren. Wenn ich, ich tue ja automatisch welche suchen, die nicht Jeans sind, sondern irgendwie exzentrisch. Vielleicht hab ich deswegen weniger Probleme. Ich liebe ja Anime und auch Realfilme und alles andere, wo du weibliche Hauptcharaktere hast, die sozusagen einen auf Rambo machen. Oder auf Bruce Willis. Find ich ja endlos genial. Ja, aber ich hab da immer so mein Problem mit. Also es kommt drauf an wirklich, wie diese Figur dann ist. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, wenn die Frauenrolle nur die Männerrolle einnimmt. Sondern halt auch noch irgendwo was Weibliches haben muss. Ja, das stimmt. Das ist genau, das ist dieser Knackpunkt von, wenn man einfach nur das Geschlecht tauscht, dann macht es auch keinen Sinn. Dann kann man es auch gleich lassen. Ja. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie das bei Black Lagoon aussieht. So, wenn ich jetzt an sowas mal denke, weil das, ich hab's zwar nicht gesehen, aber es ist, rein vom Optischen trifft's das, was du gesagt hast. Ich ja mal gesehen. Also bei Black Lagoon hab ich das, das ist ein bisschen problematischer, weil der weibliche Hauptcharakter, die Revy, die Rebecca, die ist ein derartiger Psychopath, dass ihre Geschlechterrolle fast unwichtig wird. Okay. Ähm. Also die ist nicht unwahrscheinlich. Jetzt mal ein Beispiel, was Frauen, die in so einer Rolle sind, noch irgendwie benutzen können, um weiblich zu, also um ihren weiblichen Vorteil zum Beispiel auszuspielen. So. Weil Frauen haben ja zwei Waffen mehr als Männer. Um's mal so zu sagen. Und, ähm ... Bayonetta. Entschuldigung. Definitiv. Definitiv unsere Bayonetta. Ja gut, das stimmt. Ähm. Aber, ähm, ja, sowas, finde ich, macht eine Rolle zum Beispiel wieder weiblicher. Wenn jetzt nicht nur, wenn's jetzt nicht nur ausgetauscht wird, sondern vielleicht auch ihren Sexappeal irgendwie ausspielen kann. Ja. Aber wo man halt merkt, dass es ausgespielt wird, weil's zum Charakter passt und nicht, weil's zwanghafter Fanservice ist. Richtig. Richtig. Und das ist echt schwer. Ja. Ich hab ne ganze Menge weibliche Charaktere, die ich richtig liebe. Aber die sind meistens wegen ihrer Persönlichkeit auf meinen Toplisten. Nicht unbedingt wegen ihrer Weiblichkeit. Oder weil sie eine bestimmte, äh, vorbildliche Rolle sind, was das Geschlecht angeht. Mhm. Die sind einfach nur, weil es coole Charaktere sind. Ja, klar. Was mir jetzt da zum Beispiel einfallen würde, wär, ähm, da greife ich schon wieder, was, äh, was vorneweg, über das ich erst heute Abend rein, äh, reden möchte. Aber, ähm, das passt ja grad zum, zu dem Thema. Ähm, Princess Principal hat zum Beispiel auch eine Figur, äh, die Dorothy, äh, die halt, ähm, wirklich ihren, ihren Sexappeal auch nutzt, um irgendwie, äh, voranzukommen. Also nicht nur, äh, äh, der Fanservice wegen, sondern sie weiß ganz bewusst, dass sie unglaublich heiß aussieht und nutzt das, um die Männer in dieser Welt auszuspielen. Und... Das ist aber sowas von Nebencharakterfigureigenschaft, oder? Nee, sie ist, sie ist eine Hauptfigur. Und, äh, macht das ruhig, äh, schon des Öfteren mal. Äh, ich meine, sie ist ja auch eine Agentin und, ähm, ähm, man muss das halt auch irgendwie machen, um, 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 um irgendwelche Männer halt auszutricksen. Und das ist zum Beispiel, es ist einfach eine Charaktereigenschaft, die ich irgendwie immer ziemlich mag. Ich mag das irgendwie, wenn Frauen, äh, sich ihrem Sexappeal bewusst sind und den auch wirklich bewusst irgendwie einsetzen können. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weswegen, weswegen Micky aus Idolmaster meine Lieblingsfigur ist. Weil, die weiß das auch. Die weiß auch, dass sie super heiß aussieht und nutzt das. Ah, das Selbstbewusstsein. Das ist halt das Problem, weil so viele Hauptcharaktere im Anime-Bereich halt Jugendliche sind, die sich entwickeln. Das Erwachsene. Ja, das heißt, sie sind anfangs nicht unbedingt selbstbewusst. Ja, das fällt halt meistens weg bei den, auch, bei den Hauptcharakteren, sowohl weiblich als auch männlich, dass so eine gewisse Selbstbewusstsein, was deine eigene Geschlechterkraft, äh, angeht, hast. Es ist halt nicht unbedingt so, da. Das ist seltener. Das ist schade. Aber das muss halt manchmal wegfallen, wenn du Charaktere haben möchtest, mit denen der Zielpunkt sich halbwegs identifizieren kann. Und das ist halt junger, ne? Junge. Hm. Junger, Entschuldigung. Junger. Junger. Wobei, ähm, wobei es ja da auch wirklich halt immer mal so, so auch unterschiedlichste Beispiele gibt, ähm, wie sie auch funktionieren kann, äh, funktionieren können, ohne dass man sich jetzt reinversetzt fühlt. Also, ich, ich, äh, wir haben ja eben schon Isoko, äh, aus, äh, My Hero Academia genannt, der ja auch so funktioniert, ohne dass man sich hineinversetzt. Aber auch, äh, so jemanden wie, äh, die Hauptfigur aus Anohana würde ich da jetzt auch, äh, nennen wollen, äh, wo ich finde, das ist eine super Figur, wenn man halt in so einer Phase ist, in so einer problematischen in seinem Leben, dass man sich da auch hineinversetzen kann in Jinta. Aber es ist auch einfach eine Figur, die gut genug ausgearbeitet ist, dass die auch, äh, funktioniert, um sie von außen zu betrachten. Oh, das ist ja auch nun mal so eine Depri-Figur. Ach, geil, ah, du, nein. Nein. Top. Richtig. Joa. Joa. Ah, irgendwas liegt mir noch auf der Zunge, aber ich hab's schwer, es zu formulieren. Irgendwann plastest du es einfach raus im Laufe des Tages. Ja. Dann kommt er noch mal so random, einfach, keine Ahnung, irgendwann so, so 17, 18 Uhr kommt er einfach noch mal random so in den Teamspeak rein. Ich weiß es jetzt! Irgendwie, ich hatte noch ein paar Charaktere im Hinterkopf, die wirklich, ähm, erwachsene Frauen waren und stolz drauf. Aber, ja. Ich hab bisher, aber ich konnte mir keine aussuchen, die ein gescheites Beispiel wären, irgendwie. Ich mein, ich bin Frau und ich bin stolz. Oh, Spongebob-Flashbacks. Ja. Das war ja die Absicht dahinter. Aber jut. Jut, jut, jut. Ja. Nächstes Thema? Dann hätten wir mein Thema wohl abgeschlossen, Matze. So, jetzt hab ich ein bisschen die Qual der Wahl, ne? Aus deinen sieben Themen. Ja, wie wollt ihr das machen? Soll ich euch ein paar vorlesen und ihr sucht aus oder soll ich, äh, wollt ihr euch auf mein Urteil verlassen? Also, ich würd mich auf dein Urteil verlassen. Same. Hm, also, ich könnte auf jeden Fall was machen, was irgendwie mit dem, über das wir geredet haben, zusammenhängen. Mhm. Ne? Das könnte ich tun. Aber ich mach's nicht. Nee, ich fühl mich wirklich in die Richtung so ein bisschen geneigt zu gehen. Aber können wir auch was komplett anderes machen. Ja. Würde ich da wünsche? Ich hab keine. Ich hab auch keinen. Ich hab noch die Kaffee, aber das sieht schlecht aus. okay. Dann machen wir auf Nummer sicher. Den Rest können wir irgendwann mal drüber reden. Okay. Und zwar, vorhin kam das ein bisschen öfters äh, hervor, mit dem, äh, ab wann man Anime fallen lässt und der Gewöhnungszeit. Und ich hab da mir die Erzählgeschwindigkeit aufgeschrieben. besonders die, die langsame Erzählgeschwindigkeit. Die, die 20 Episoden, bis der Plot anfängt, dass, dass sich gewöhnen an die Charaktere und an den Cast. Manchmal finde ich das super, super, super toll. Äh, ich hab ne ganze Menge Beispiele gleich im Hinterkopf, wie zum Beispiel Working oder Wagneria, äh, wo du wirklich warten musst in eine kleine Ewigkeit, bis die ganzen Romanzen und intercharaktermäßigen, interpersönlichen Sachen sich entwickeln und zum Ende kommen. Aber wenn's dann passiert ist, dann ist es so viel mehr erfüllender, wenn du viel Zeit und viel Gewöhnheit mit den Charakteren verbracht hast, als wenn es einfach so innerhalb von 10 Episoden abgefolgt werden. Ich mein, ich kann's nachvollziehen, dass es heute so unglaublich viele kürzere, äh, Animes gibt, mit 12 bis 13 Episoden und ich find das auch gut, in der Kürze liegt ja die Würze. Aber ich hab so ein kleines bisschen ähm, Lust daran, die Vorzüge vom langsamen Erzählen so ein bisschen zu besingen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, vielleicht ist es ja bei euch so, oh mein Gott, nein, ich will keine 20 Minuten mit, äh, 20 Episoden mit Charakteren verbringen, die, hab ich's ja, die wenigstens so gewohnt, dass ich mir schon auf den Sack geh. Schatz Charaktere, ja. Ja, ich mein, dafür sind ja wir. Du denkst, ich kann trotzdem, ich war nur per Menschen oder was, ja. Ja, fühlst du dich nachher so, als wärst du hier in, wärst du verheiratet, wie human oder so, das geht ja nicht. Ähm, nee, also da, da kommt's ja eigentlich wirklich am stärksten auf die Figuren an. Ja. Wenn ich jetzt an sowas wie Akagami no Shirayuki Hime beziehungsweise Snow White with the Red Hair denke, äh, das erzählt sich ja sehr langsam. Aber das hat nun mal sehr sympathische Figuren. Ja. Das, äh, die sind, die sind toll, die sind selbstbewusst, ähm, die Beziehungen sind interessant und diese ganze Politik in dieser Welt ist interessant. Und das ist eine Serie, die macht viel Spaß, aber halt erzählt sich sehr langsam. Aber das ist kein Problem, weil das kann's wettmachen. Ähm, aber wenn ich jetzt, äh, 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 aber wenn ich, wenn es jetzt halt Leute gäbe, die halt irgendwie diese Figuren nicht mögen würden, dann wär die Serie dann wahrscheinlich auch schon für sie hinten durch. Weil, ja, da ist ja nichts weiteres dran mehr. Ah, ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein extra Fall. Ich kann mir schon einige Serien in meinem Kopf jetzt rausnehmen, wo die Zeit wirklich einige Wunden geheilt hat. Wo auch Charaktere, Nebencharaktere, die dir auf den Sack gingen, wenn du lang genug mit ihnen irgendwie aushalten musst, dann konntest du sie ertragen, weil sie irgendwie dir ans Herz gewachsen sind. Natürlich muss der Anime da sich auch ein bisschen Mühe machen, über die Zeit hinweg, aber ich sehe einfach den Vorteil davon, dass wenn du mit, äh, einem Anime etwas länger Zeit verbringst, dass du so diese, diese Gewohnheitsphase hast. Und ich frage mich jetzt echt, wie wichtig das ist für mich und ob das überhaupt heute noch machbar ist mit so vielen kurzen Animes und mit der, man, es ist vielleicht nur Blödsinn, aber man hat eine geringere Aufmerksamkeitsspanne. Man hat, man zieht sich mehr Medien schneller rein im Moment. Definitiv. Ja. Ja. Schwierig. Also, wir würden jetzt, also ich, ich habe auch nicht viele lange Serien halt geschaut und da würden mir auch nicht viele Charaktere halt einfallen, die mir, die, die irgendwie anfangs komplett nervig sind und mir dann ans Herz wachsen. Äh, keine Ahnung, vielleicht sowas wie ein El Cazador, der eine Bösewicht LA, der anfangs halt noch ein ziemliches Arschloch ist, aber am Ende ist er halt einfach eine unglaublich geile Sau, vor allem mit seiner Rambo-Einspielung. Ich habe das nicht zu Ende gucken können, in dem Anime. Echt? Das ist der B-Trains-Anime, ne? El Cazador de la Bruja. Nice. Ich dachte immer, ich bin der einzige Mensch, der den gesehen hat. Ey, ich feiere den total. Ich finde den super. Ich habe, ich habe, war glaube ich auch die erste Anime-DVD, die ich mir jemals zugelegt habe, El Cazador. Nice. Ich glaube, ich habe ihn besser in Erinnerung, als er war oder als ich ihn heute finde, aber ich mochte ihn richtig gerne damals. Ja, ich auch. Ich habe das Problem gehabt, ich habe ihn mit anderen B-Trains-Sachen verglichen, die ich gemocht habe, wie Noir oder Madlax. Aber es geht auch richtig gut in die Richtung. Ich meine, Noir hat mich sogar mehr gestört als El Cazador. Das Problem ist, El Cazador, äh, hat da, die Anfangsepisoden, die haben es mir halt versaut. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Das ist eine Weile her. Aber Noir ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Das macht es ja einen nicht besonders einfach, besonders, weil die Charaktere sind schon auf dem Spektrum von Exzentrisch. Das, äh, bei mir musste der Anime 26 Episoden lang sein, weil ich 20 Episoden gebraucht habe, um mich überhaupt in irgendeiner Weise emotional mit den Charakteren so weit zu verbinden, dass es mich den feuchten Kerrig gestört hat, ob die gestorben sind oder nicht oder überlebt haben oder nicht. Bei Noir war es, war, also, ich habe mich nicht irgendwie mit den Figuren irgendwann mal verbunden gefühlt. Ich fand es ja nur einfach cool, weil es halt starke Frauenfiguren sind. Ja, es war ganz, ja. Schönes Subgenre. Ja. Wir brauchen wieder B-Train. Ah, ja. Nee, ganz ehrlich. Ich meine, bei einigen Serien ist es einfach. Bei einigen Monster-Serien wie den großen Shonen Jump-Serien ist es recht einfach. Da, äh, hast du einfach so viel Zeit mit den Charakteren, dass du dir automatisch irgendwie ans Herz wachsen. Ja, aber da musst du dich erst mal ruhig quälen. Ja, ich meine, ich würde es halt heute nicht mehr schaffen. Der Rest mal ist interessant genug, dass dann die zwei Charaktere, die du nicht magst, das geringste Übel sind. Ja. Und selbst wenn du sie nicht leiden kannst, wenn sie irgendeine Art und Weise so gemacht sind, dass sie dich nicht vollkommen abstoßen, sodass du den Anime wegwirfst im hohen Bogen, dann, äh, kannst du dich so an sie gewohnen. Über ein paar hundert Episoden geht das. Ja. Ja. Müsste so ein bisschen an Pokémon denken. Ich fand damals, als ich Kind war, Misty ganz schlimm, ganz nervig. Aber als sie dann weg war und gegen Maike ausgetauscht wurde, wie sie am Deutschen heißt, war ich ein bisschen enttäuscht. Ah. Ich muss dich weiter hassen, komm zurück. Nee, da mochte ich sie. Allerdings ist mir dann richtig aufgefallen, eigentlich mochte ich sie. Und auch jetzt, als sie in, ähm, Sun and Moon aufgetaucht ist, der Hype war groß, Leute. Ja, das stimmt. Der Hype war groß. Ich frag mich dann immer, ob das dann so ein Faktor war von wegen, hab ich den Charakter wirklich gemocht oder hab ich einfach nur das Gewohnte und Bekannte gemocht? Äh, beides. Also ich find sie, ich hab jetzt die ersten paar Folgen von Pokémon nochmal wieder geguckt. Da find ich sie immer noch nervig. Aber letzten Endes so die, die doch minimalen Entwicklungen, die sie dann ja doch durchgehen bei Pokémon, ähm, mochte ich sie doch sehr, sehr gerne. Weil ich ja auch eigentlich Maike nachher gar nicht so schlimm fand. Aber da war's wirklich erst mal dieses Oh nein, sie reißen, entreißen mir gewohntes. Das war damals schon bei Rocco so. Der ist dann Gott sei Dank wiedergekommen. Aber Misty nicht. So hat sich ja die Struktur von Pokémon voll stark geändert. Aber anderes Thema. Da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Das ist eine von den Monster-Ewigkeiten-Medien-Franchises, wo ich nicht eingestiegen bin und auch nicht vor hab, einzusteigen, weil es gar nicht mein Fall ist. Ich muss jetzt grad noch, ähm, was das mit den Charakteren angeht, an Makoman denken. Ja. Weil das ist ja, glaub ich, ist das, glaub ich, der Denksto-Anime, den ich einfach gesehen hab mit 75 Folgen. Ähm, und da gibt's ja hier den, den Rivalen vom Protagonisten hier, der immer rumgrät. Den fand ich bis zum Ende hin unerträglich. Der ist mir nicht ans Herz gewachsen. Äh. 75 Folgen hab ich den aushalten können, weil ich die anderen Figuren so sehr mochte. Aber der war unerträglich. Da hat die, da hat die Länge nicht geholfen. Nee. Nee. Es gibt auch andere Figuren, bei denen ich sogar ziemlich glücklich war, als wir dann zum Beispiel mal gegangen sind. Und wenn ich an die zweite Staffel denken muss, äh, wo sie ja dann einen anderen Aufseher haben, die beiden Hauptfiguren, also einen anderen Proofreader, und ich war so froh, als er dann in der dritten Staffel weg war. Also da haben auch die 25 Episoden mit denen nix gut machen können. Ja, da hat, ja okay, da hat die Länge nicht geholfen, den Quatsch nicht. Nee, also ich, mir fiel da halt wirklich kein großes Beispiel ein, wo die Länge mir einfach geholfen hat, sondern wirklich einfach nur, wo die Charaktere an sich vielleicht eine interessante Entwicklung durchgemacht haben. Wenn ich jetzt, ähm, auch wieder Bakuman an Augie denken muss, äh, die in der ersten Staffel noch als ne, als ein ziemlich Snob und Arsch präsentiert wird, aber halt einem irgendwie ans Herz wächst, was in der Entwicklung durchmacht, eine Romanze anfängt und alles Mögliche und man den dann wirklich mag. Ja, das kommt auf die Entwicklung der Figuren für mich an und nicht, wie lange ich sie ertragen muss. Wenn ich den scheiße finde, dann finde ich den auch noch am Ende scheiße. Aber es ist, es kann sein, dass Länge manchmal die Tiefe ein bisschen ersetzen kann. Nicht völlig, logischerweise. Besser geschriebene Charaktere sind immer noch das 0 plus Ultra, aber das kann man ja leider nicht immer viel erwarten. Leider Gottes kann man vom Durchschnittsqualität nicht erwarten, dass jeder Charakter in kürzester Zeit wunderbar charakterisiert wird. Eigentlich ist das Gegenteil. Wenn ich mir dann so an die großen, schonenden Monster denke, wie zum Beispiel Dragon Ball, da gibt es einige Charaktere, die viele Leute direkt sofort erkennen können und den Namen sagen können und die denen irgendwie ans Herz gewachsen sind und die auch mit denen bangen, wenn die um ihr Leben kämpfen müssen oder einmal abgemurkst werden und dann hier hoffentlich wir tun sie schnell wiederbeleben und etc. Aber die Charaktere an sich haben wenig Tiefe. sehr wenig. Da glaube ich, bin ich mir eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass einfach nur die Gewohnheit und die ewige Länge der Geschichte dich mit denen zusammengeschweißt hat. Toriyama ist auch in meinen Augen kein guter Autor. Oh, oh. Da muss ich Barker drauf verlinken. Oh, oh, oh. Kriegsgebrühe ist das hier. Nee, ich meine, natürlich muss irgendwas passieren in der Zeit. Du musst ja irgendwie mit den Charakteren ein Abenteuer erleben, die dich mit denen zusammenschweißen. wenn du dann hier 100 Episoden Slice of Life schaust, dann ist so die Frage, ne? Ich hab ehrlich gesagt sowas noch nie getan wie dieses diese Endlos-Serie. Wie heißen sie nochmal? Die über 2600 Episoden. Ach du Scheiße, wie hießen die? Sasako oder irgendwie sowas? Ja, ja. Irgendwas in der Richtung. Ah, ich hab das vergessen. Sasai. Sasai. Sasai-san. Weil das ist ja auch nur ein episodenhafter Gag-Gedöns, ähnlich wie Doraemon. Ich glaube, da könntest du mir noch so viele tausend Episoden ranschmeißen. Da ist, glaube ich, die Länge nicht genug. Kommt drauf an, was die Charaktere machen. Also ich finde auch Länge und Genre müssen auch zusammenpassen. Ja. Ich weiß nicht, was ist denn euer liebster Anime, der eigentlich Gottverdammt viel zu lang ist? Bei dir, Kevin, weiß ich jetzt, dass der längste Oh Gott, überfordert. Hier. Bakuman ist. Bakuman ist. Ja. Dass er ein bisschen kurz ist. Ich komm halt nicht so auf Länge klar. Ja. Was ich schade finde. Was denkst du, woran liegt es? Liegt es daran, dass du einfach nur vom Geschmack her hast du lieber Geschichten, die gut geschrieben sind? Weil die können kürzer sein? Oder hast du ... Ja, ich mag es halt kurz und kompakt. Ich bin halt jemand, der mag sein Tempo schnell. Deswegen mag ich Thriller. Deswegen mag ich schnelle Thriller. Sowas wie Zerang Kino Terror, was ja mein zweitliebster Anime ist. Und bin halt niemand, der dann so groß ... Warte, welcher war dein Liebste? World End. Ach ja. Ich bin dann halt niemand, der dann Lust hätte, sich groß irgendwie halt irgendwas anzutun und keine Ahnung. Ich meine, die meisten längeren Serien treffen auch nicht meinen Geschmack. Die meisten längeren Serien sind Shonen-Serien und Shonen ist halt einfach nicht mein Ding. Ich mag Naruto nicht, ich mag Fairytale nicht, ich mag Leech nicht, ich mag One Piece nicht, ich mag alle nicht. Das ist alles nicht mein Ding. Ach, es ist gerade etwas in mir gestorben und wenn es auch über meine Kindheit war. Kevin hat gerade den Handschuh ausgezogen und niedergeworfen. Aber, äh, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche längeren Serien abseits von Shonen? Jetzt, ernsthaft. Monster hat irgendwie auch seine 75 Folgen oder so. Stimmt, Monster war noch recht lang. Aber das war halt ein verdammt langsamer Thriller. Den hab ich mir echt noch nicht wirklich komplett angetan. Hab ich auch erst ein einziges Mal ganz gesehen. Ah, Monster ist so ein Beispiel für die Vorzüge vom langsamen Erzählen. Ja. Weil die Atmosphäre und der Inhalt so richtig, bei der er sich breit machen kann. Bei sowas kann ich in der Welt versinken. Ich hab's nämlich, ich hab's nämlich ein bisschen Probleme bei Erzählungen, die ein bisschen zu gerafft sind, die ein bisschen zu rasch sind, mich da rein zu versetzen. Manchmal, nicht immer. Aber manchmal hab ich da echt ein bisschen so ... Okay, also wichtige lange Monster, die keine schonend sind. Ähm, ja. Ich hab ein paar natürlich, die auch auf Anhieb reinfallen, wie Legend of the Galactic Heroes. Musste ich auch dran denken. Ich hab's noch nie gesehen. Musste ich immer sofort dran denken. Ja, das hab ich auch noch nicht gesehen. Hab ich auch echt viele Gundam-Staffeln, gerade die älteren, recht viele Episoden. Ja, das sind alles immer so 50er. Weil das so Klassiker waren damals und Standardformat. Alles so 50er. Ja, das war mehr an einem Standardformat lag das als am Inhalt. Weil, wie ich da vielleicht mal erwähnt habe, sind die ersten 20 Episoden eigentlich nur so ... Ja, da geht nicht allzu viel Plot. Das ... Ich hab so die Theorie, dass es einfach an der Informationswelt von damals lag. Da war kein Internet. Da hast du von Animes nur gehört aus den Zeitschriften oder Werbungen im Fernsehen. Und bevor dann irgendwie genug das Publikum sich gesammelt hat und davon gehört hat, dass das Ding läuft und gut ist, da brauchte man ein paar Wochen. Also hat man die ersten paar, was weiß ich, Episoden nicht so viel gemacht, damit, wenn die Leute dazukommen, dass sie nicht vollkommen verloren waren und dann sofort aufgehört haben, wieder zu schauen. Zumindest ist das meine Theorie. Das ist meine Theorie und der Vorteil davon, dass die langgezogen werden. Das ist natürlich jetzt kein Vorteil mehr, wirklich. Nicht automatisch, ne? Ja, von wegen Anime, die ein paar Episoden haben, ich war grad mal auf meiner Anime-List, viel Kram, den ich nicht gesehen hab, aber so was wie Natsumis Book of Friends hat ja irgendwie Filmstaffeln. Ja, das stimmt, Natsumis. Das sammelt sich. Es sind 43 Episoden viel, dann zählt GTO mit zu. Alles, was 50 dran geht, dann, ja, kann man nehmen, wie GTO oder 12 Kingdoms. Oh, 12 Kingdoms, so gut. Zählt man Sport zu schonen? Sonst wäre da sämtliches an ... Ich würde Sport wirklich ... Also, ich würde das größte Teil an Sport auch zu schonen zählen. So was wie Haikyuu, Haikyuu, Koro Kono Basket oder so was. Keine Ahnung, geht dann ja auch komplett vorbei. Ja. Ich folge. Hab ich nicht gesehen, aber Space Brothers hat irgendwie 99 Episoden. Boah, Space Brothers hatte ich dann immer mein Interesse dran, weil ich ja einfach Science-Fiction mag und wenn die Charaktere interessant sind, dann vielleicht das. Das ist ja mehr Charakterdrama als Life of Life mit einem realistischen Science-Fiction-Hintergrund. Und das ist der Hammer, dass es so viele Episoden hat. Ich hab das auch noch nie angefangen zu schauen. Ganz ehrlich, jetzt hab ich Angst. 100 Episoden. So viele Episoden. So viel kam. Ja, das waren jetzt ein paar, die da noch relativ weit oben im Beliebtheits-Ranking sind, die nicht zwanghaft schonen oder scheinbar Sport sind. Und Haikyuu ist top, mein Freund. Ja, also Staffel 3 ist allein schon ... Der Hype ist groß, wirklich. Der Rest war auch gut, aber Staffel 3 mit seinen 10 Folgen, das war ... Das ist halt Sport, interessiert mich nicht. Wir sind uns auch nicht so der große Sport-Fan, aber ... Top. Top. Ja, City Hunter wäre zum Beispiel noch ein Ding, das ich immer gerne reinschmeiße. City Hunter! Oh ja. Hunderte von Episoden, das ist auch nicht wirklich schonen. Das ist eher so ein bisschen episodenhafte Unterhaltung für mehr das erwachsene Publikum. Erwachsene, ja. Ja, es kommt halt bei so langen Serien kommt es für mich einfach auf die Charaktere an und wie lange sie mich jetzt fesseln können. Bakuman ist wirklich da einfach die Ausnahme, weil die Charaktere, die mag ich einfach. Die finde ich super und deswegen konnte ich mir da auch 75 Folgen in zwei Wochen durchaus mal antun. Aber wie ich eben schon die ganzen schonen Vertreter genannt habe, finde ich allesamt unglaublich uninteressante Charaktere. Das ist irgendwie ... Das ist ein Messer. Er sticht's rein, dann dreht er noch ein bisschen rum. Ja. Und sticht gerne. Mach ich doch mal nach. Mach ich gerne. Nee, aber ... Ja, es kommt halt auf die Charaktere an. Wie ich schon sagte, bei den kurzen Serien, ich bin einfach jemand, der total auf Inszenierung und Präsentationen alles steht. Und dafür stehe ich einfach auf die kurzen Serien, wie nun mal Sanky Notterra, was einfach großartig ist in seiner kompletten Präsentation. Und auch Filme. Silent Doors ist großartig in seiner kompletten Präsentation. Und längere Serien sind halt lang. Längere Serien sind lang. Ja, no, no. In other news, what a sweat. Da muss halt irgendwas da sein. Irgendwas. Aber ist für mich meistens einfach nicht. Möchtest du nicht wissen, ob Naruto Hokage geworden ist? Ob Boruto's Dad Hokage ist? Möchtest du das nicht wissen? Das kann mir nicht egaler sein bei so einem Rotzbengel wie Naruto. Ja, es ist ein Problem. Ich geb's zu. Aber die Lösung ist halt auch ein Problem in sich. Die Lösung ist, wenn du dir mal eine Weile davon angeguckt hast, dann kannst du es lieb gewinnen. Einige Serien haben diese Eigenschaft an sich. Dass sie so ein fantastisches Gewöhnungspotenzial haben. Dass es dir so gerne wieder umlegst wie einen warmen Schal. Weil es ist einfach angenehm, fein. Manche Dinger schaffen es wirklich, einen da so reinzulullen. Aber natürlich gibt's auch noch Gegenbeispiele mit Dingern, die einfach viel zu lang gegangen sind. Und die davon, ja, denen gut getan hätte, wenn man sie ziemlich zusammengekürzt hat. Mein Dragon Ball fällt einem sofort auf. Das Ding ist ja offiziell zusammengekürzt worden. Mit Dragon Ball Kai. Und das war auch noch viel zu lang. Das gehört noch mal zusammengekürzt, noch mal auf die Hälfte. Immer noch 97 Episoden, Kai. Ja. Von, was war es vorher? 350 oder so irgendwie? Nee, ich glaub, 200. Ich guck mal, was hatte die erste Staffel? Die hat ... Ah, jetzt hab ich mich verdrückt. Ach so, genau. Nehmen wir von Dragon Ball oder Dragon Ball? Dragon Ball Z. Okay. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Von der ersten Dragon Ball gab's keine Verkürzung. Nicht? Nein. Das waren nur von Z. Oh, 291 Episoden. Ah, ja. 291. War's doch nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte, ich hab immer im Dragon Ball im Hinterkopf sind etwa 500. Und 150 die erste Staffel und dann 350 Z. Aber war nicht so viel. Ich bin jetzt hier grad verwirrt. Also, Dragon Ball Kai, und es gibt ja zwei Kai-Serien, wie ich hier grade sehe, fassen Z zusammen. Zwei Kai-Serien? Ja. Es gibt eine Kai-Serie von 2009, die Dragon Ball Z anscheinend zusammenfasst. Ja. Und es gibt eine Kai-Serie von 2014. Das ist dann komplett neues Material. What? Ja. Die haben doch dann auch neue Kinofilme gemacht in allen G-Dance. Aha. Alles klar. Sie geht flöten. Ich bin raus. Ich auch. Du, ich, je länger wir machen, desto mehr Beispiele fallen mir ein für positive Sachen. Wie zum Beispiel Pet Labor. Auch viel zu viele Episoden, aber so gut. War das nicht nur 30 oder so? Ähm, warte mal. Es waren erst mal, waren es sieben OVA-Filmen. Dann waren es nochmal 16 OVA-Filmen. Oh. Dann war es eine doppelte Fernsehstaffel und dann nochmal drei Filme. Ja, alles klar. Viel Pet Labor. Zum Beispiel war es alles wirklich dasselbe und weitere Geschichten in dem Universum. Und zum Beispiel Arise ist ja wieder eine komplette Neuerfindung. Genauso wie die Fernsehserie im Vergleich zum alten Kinofilm eine komplette Neuerfindung ist. Ich glaube, da muss man ein bisschen abgrenzen. Ja gut, aber Standalone-Komplex hat er ja irgendwie 52 Folgen alleine, also mit beiden Staffeln. Das heißt wahrscheinlich nicht umsonst Standalone-Komplex. Naja, sie meinten ja auch, dass Arise jetzt einfach nur die Vorgeschichte erzählt, aber es ist ja doch irgendwie was anderes. Es ist ja wie so ein Soft-Reboot. Wie bei jetzt mit, keine Ahnung, Tomb Raider im Jahr 2013 nochmal bei Videospielen. Ich weiß nicht, ob man den Tomb Raider-Reboot als Soft bezeichnen könnte. Naja, sie meinten ja am Anfang auch, nur ja, wir erzählen jetzt die Vorgeschichte Lara Crofts und dann ist es doch Uncharted mit einer Frau. Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Nein, um Gottes Willen. Aber nee, ihr habt doch bestimmt irgendwelche Beispiele, wo ihr denken konntet, oh mein Gott, wenn das nur schneller abgelaufen wäre, wäre es vielleicht ganz gut gewesen. Mal kurz überlegen. Hallo an den Chat. Hallo an den Chat. Hallo Nico, hallo. So. Äh, schneller, schneller, ich muss überlegen. Äh... Nächstes Thema. Äh, vielleicht, wenn man den ganzen dummen Humor aus Green Green rausgestrichen hätte und dass da nur vier Folgen OVA gewesen wäre, das wäre dann besser gewesen. Der Kevin, der, der reduziert massiv, ne? Ja. Ja, ey, Green Green steht ja quasi nur aus neun Folgen richtig dummen Humor und dann fängt die Story an, wo es dann langsam mal interessant wird. Und dann ist schon wieder vorbei. So, wenn ich an Anime denke, dann habe ich nur so viele Dinge, wo ich bereue, wo ich einfach, hm, mir das Herz blutet, dass es nicht mehr gibt, ne? Kürzer. Ich bin nur überlegen, aber ich habe es wahrscheinlich schon vorher abgebrochen, bevor es dazu kommen könnte. Ja, genau deswegen habe ich es verbunden mit dem Thema vom Folgen, ne? Ich gehe meine Liste durch und mir fällt einfach nichts ein, was jetzt drunter leidet, also zu lang zu sein. Hm, Geduld ist eine Kugend, eine Tugend. Kenn ich nicht. Also Geduld, das Wort Tugend schon. Ansonsten wäre ich halt wieder bei Shonen. Von Filterfolgen abgesehen ist es einfach bei Naruto dieser scheiß Ninja-Krieg viel zu lang. Aber Shonen, wie gesagt, wieder ein bisschen andere Dimensionen von vornherein. Ja, die fünf Sekunden auf Namek. Bei Mangas Beispiel, da bin ich z.B. auch dabei. Bei Mangas und Büchern, da gibt es eine ganze Menge, wo ich mir denke, oh mein Gott, muss das unbedingt so eine monströse, epische Geschichte sein? Hättest du das nicht ein bisschen zusammenkürzen können? Aber bei mir liegt es auch sehr stark damit zusammen, dass die noch nicht zu Ende sind. Und ich hätte gerne, dass er es kürzer gemacht hätte, damit ich schon das Ende sehe. Also ich bin jetzt dreimal meine Anime-Lässe drunter gescrollt und ich habe da irgendwie nichts drauf, was drunter leidet, zu lang zu sein. Ich glaube, ich habe ein gutes Gespür dafür, das von vornherein zu meiden. Also ich habe noch zwei, die bei mir drunter leiden. Und das sind einmal Inuyasa. Der leidet einfach... Ach, Inuyasa, ja. Sowohl im Anime als auch im Manga leidet der darunter, dass er einfach zu lang ist. Die Geschichte hätte sich locker viel kürzer erzählen können. Und das ist für mich sogar so lang gewesen, dass ich über den Gewöhnungsfaktor hinausgegangen bin und schon in das alte Ehepaarfaktor hineingekommen bin. Im Sinne von wegen, ich kann die Leute nicht mehr sehen. Ja. Oh, davon mal im Oasen, bestimmt. Äh. Ja, irgendwie hat er, genau, Takahashi Probleme mit. Ja, die hat ein Talent ein bisschen dafür. Ich meine, einige Serien von Takahashi haben wirklich darunter gelitten, dass sie zu lang waren. Zu Unrecht ein bisschen, zum Beispiel Ranma. Es ist so schade, dass die Fernsehserie irgendwann mal sich in Filler verloren hat und dann einfach aufgehört hat. Weil beim Ende vom Manga, beim Finale, hat die sowas von aufgedreht. Es wurde so spannend und so andersartig als die ganze Zeit in dem einfachen, lockeren Comedy-Gedöns, dass ich mir so wünsche, dass sie das mal, hätten sie als Anime herausgebracht. Wenn das Ding nur mehr zusammengefasst gewesen wäre, hätte es vielleicht passieren können. Aber nee, da sind auch andere Faktoren dann schuld. Einfach nur, dass halt Anime den Manga einholt. Das ist noch ein ganz anderes Thema, dass man gleich noch mitreißen könnte. Aber, oh nee, aber dann kommen bei mir wieder so Wunden hoch, wie zum Beispiel bei Kenshin. Kenshin ist auch so eine arme Sau, die davon so mitgebeutelt wurde. Da muss ich sagen, kenne ich nur die, ist das OVA, Trust and Betrayal? Ja, wir folgen OVA, die ist gut. Die ist top, aber das andere habe ich nicht gesehen, nicht gelesen. Folgende Sache ist passiert bei Kenshin, das muss ich mal kurz ausführen. Das Trauma wird ausgelebt. Ja. Ist okay, red ruhig drüber. Manga kommt her, läuft super gut, hat seinen ersten großen Höhepunkt. Den ersten super, super Bösewicht. Ja, nicht den allerersten, aber den super Bösewicht der Geschichte. Und der Anime schafft es, die Story bis dahin mit wenig Fülle-Episoden komplett zu erzählen. Aber dann hat sie den Manga eingeholt und sie müssen irgendwie das überbrücken. Also nach 60 Episoden ziemlich nah am Manga dran, haben sie dann 30 Episoden Füller rausgeschmissen und das hat den Anime getötet. Und dann wurde er abgesetzt. Und danach hat der Manga angefangen aufzudrehen. Dann kam seine Hintergrundgeschichte, seine Vergangenheit, was in der OVA, in den Trust and Betrayal gekommen war, und dann kam das Finale. Und man merkt wahrscheinlich an der OVA, dass das Finale und die Vergangenheit von unserem Hauptcharakter richtig, richtig feines Material sahen und den ganzen Rest von der Kenshin-Geschichte überlegen. Ein gutes Stück. Und das ist das Traurige. Da hat es sich wirklich einfach nur am System verbissen. Da würde ich aber nicht sagen, dass der Original-Manga zu lange ist. So ist es nicht so. Also Zeit für ein Remake. Was Fehler aus März der Vergangenheit. Das wäre ja so schön, aber es ist mittlerweile den Leuten wahrscheinlich vollkommen im kulturellen Mediengedächtnis eingebrannt. Und selbst die Realverfilmungen von Kenshin, die machen nur bis dahin, bis zum Superbösewicht, bis der besiegt ist. Geht einfach nicht weiter. Mehr haben wir nicht, sorry. Ich meine, die haben mit OVAs das versucht dann auszugleichen. Es kam nach der Trust and Betrayal, kam noch mal eine weitere OVA, um das Ende zu machen. Aber das wurde dem Ende total nicht gerecht. Die zweite OVA-Reihe. Also es ist leider Gottes irgendwie ... Ist das diese Ex- oder Crossover-OVA, oder? Es kann sein. Ich weiß nicht mehr, wie er ist. Es ist eine Weile her. Die habe ich einmal gesehen und dann nie wieder, weil sie einfach nicht gut war. War es so schmerzhaft? Ja. Nee, ich habe, glaube ich, ein paar mehr längere Serien auf meiner Liste drauf. Aber ja, okay. Ich habe ja auch gemogelt. Ich gucke den Scheiß ja seit 20 Jahren. Altersvorteil. Ja. Wenn ich es mir so richtig finde. Der Mann hat einfach mehr Geduld. So viele Themen hier müsste ich eigentlich sofort rausschmeißen, weil es einfach entweder zu nischisch ist oder der Altersvorteil darin ist. Aber ich habe noch ein paar, wenn ihr mal müsst, dann weiterzumachen. War das eine Drohung oder ein Versprechen? Uh, ich bin mir nicht so sicher. Komm, hau noch einen raus. Soll ich noch einen raushauen? Ja. Wollt ihr euch diesmal aussuchen, oder wollt ihr euch wieder auf mich verpassen? Nein, hau einen raus, komm. Jo. Ähm, irgendwas komplett anderes. Ja, los. Am besten. Äh, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Okay. Okay. Schmeißen wir uns einfach ins kalte Wasser. Penservice. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Glaube ich auch. Ja, das hatten wir eigentlich ... Sogar in der Konstellation hatten wir das beim letzten Mal schon. Ja. Ja. Oh Gott. Das war wahrscheinlich ein freudscher Innerer. Möchtest du noch mal drüber reden? Nein, nein, nein. Hast du's so nötig, Matze. Ich hab's immer nötig. Sind riesige Roboter auch Fanservice? Total. Nee, ich hab da noch ein paar ... Sind die Zombies in High Street of the Dead Fanservice, wenn du Zombie-Fan bist? Oh. Sexy Zombies? Nee, bitte nein. Aber es gibt ja diesen Romanzenfilm irgendwie, wo ein Mädel sich in einen Zombie verliebt. Ja. Wird gar nicht mehr, wie der heißt. Warm Bodies. Hab ich nicht gesehen, aber irgendwie wollte die Hälfte meiner Klasse das damals sehen. Ich hab nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, aber der war nicht so schlecht irgendwie. Muss ich mir mal komplett anschauen. Ich meinte jetzt auch weniger als Fanservice mit Stehe ich drauf, sondern wirklich als ... Ich mag Zombies. Ich mag Zombiespiele und Serien und Filme und jetzt gibt's ein Anime mit Zombies. Ist es dann Fanservice? Ein bisschen schon. Denn es ist ja mehr unsere Schuld, dass wir Fanservice mit nackter Haut gleichsetzen. Das stimmt. Ist es unsere Schuld oder die Schuld von demjenigen, der diese Begriffe definiert hat? Irgendwann mal. Kollektive Schuld, weil es keiner korrigiert. Kollektive Schuld. Eine kollektive Schuld. Ich bin alle dran schuld am Fanservice. Das war ... Ja, scheiße fällt mir nicht ein dazu. Ich hab zwei Themen, wo ich mich nicht entscheiden kann, welche ich nehmen soll. Das eine ist ein bisschen schwerer, das andere ist ein bisschen einfacher. Oder nee, sind beide schwerer. Scheiße, scheiße. Scheiße. Ich hab Mist gebaut, Kevin. Verdammt, was machen wir jetzt? Versuchen wir's mal. Obwohl, wenn's nicht funktioniert, können wir noch was anderes nennen. Für das innere Kind. Also Animes, die ihr schaut, die eindeutig nicht für eure Altersklasse gemacht sind. Ah, und die recht. Okay. Sonst hätte ich jetzt mal Hero Academia genannt, weil's meine kindliche Freude für schonen Anime wieder weckt. Also wenn du dich als viel zu erwachsen für den Scheiß liest, dann zählt's vielleicht noch. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, also sowas wie Goro Goro ist ja eigentlich eher für eine Kinderzielgruppe gemacht, was in der aktuellen Season läuft. Ist der Humor wirklich für eine Kinderzielgruppe manchmal? Also der Manga ist eigentlich ursprünglich für eine Kinderzielgruppe gedacht. Und ich denke daher, dass dann euer Anime das auch ist. Ich mein, das ist ja wirklich, was zum Beispiel dieser, dieser, dieser Buds-Humor, der da drin ist, der ist ja eigentlich wirklich extrem kindisch. Ja, ja, okay, die Kids lieben das, ich weiß. Ja, also, äh, das ist ja, das ist ja wirklich eher so ein, so ein kindergerichteter. Aber es ist halt trotzdem extrem, extrem warmherzig und süß und knuffig. Äh, weswegen, weswegen mir das trotzdem gefällt. Und auch hier, Kaito Joker. Ja, das hätte ich auch ganz gern. Äh, das ist ja auch eigentlich eine Kinderserie. Ja. Was mich letztes Jahr wirklich im Sturm beobert hat, war Banania. Das war einer von diesen Short-Animaten, wo diese Katzen sind, die in der Banane sind. Das ist so süß. Das ist so gut. Ich glaube auch nicht, dass es für mich gemacht ist, aber es ist süß. Ja. Ich mein, es ist auch einfach schnell vorbei, aber, äh, und, 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 äh, deswegen, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch für, für jeden. Also, das ist jetzt nichts, was einen groß stört irgendwie. Das kann man sich mal kurz, kurz für eine Packung Karies geben und dann ist vorbei. Ja. Gebet es. Also, ich hab, glaube ich, das Problem, dass ich ein kleines bisschen zu tolerant geworden bin, was das angeht. Ähm. Oh Gott, ich guck mir grad die Banania-Figur nochmal an, ich krieg Instant Karies. Süß, oder? Das ist so gut. Das gibt ein Baby-Banania. Das ist so gut. Da, 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 kommst du jetzt eigentlich auch auf die Diskussion, ob das wirklich für Kinder gedacht ist oder ob der Anspruch nicht größer gemacht ist, weil der Anime-Fan Banania war eindeutig fürs Internet gemacht. Scheiß, ne? Banania war fürs Internet gemacht, komm, das, das muss man so sagen. Ich mein, wenn, wenn, wenn selbst Total Biscuit dazu regelmäßig einen, einen Crunchyroll-Link postet, dann, das ist fürs Internet gemacht. Ähm. Ne, ich mein jetzt eigentlich wirklich Serien, wo du dir eigentlich ein bisschen so peinlich vorkommst und denkst dir, meine Güte, aus dem Alter bin ich doch wirklich raus. Ne, das hab ich nicht mehr. Aber guckst du dir trotzdem an? Ne, sowas, sowas hab ich auch komplett nicht. Da sprichst du auch einfach, glaube ich, mit der falschen Person, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich hab sowas wie ein Peinlichkeitsgefühl einfach nicht. Mir ist es scheißegal, über was ich rede, was ich schaue und, keine Ahnung, wenn jetzt meine Eltern in mein Zimmer reinstürmen würden, während ich Highschool-DXD gucke, was halt nie vorkommt, aber trotzdem, wenn das passieren würde, mir wäre es scheißegal. Warte, weil du Highschool-DXD nicht guckst oder weil deine Eltern nicht in dein Zimmer reinstürmen? Ganz wichtig. Naja. Ich hab Highschool-DXD geschaut, deswegen würde es jetzt nicht nochmal vorkommen. Ähm, nee, aber ich hab sowas wie ein Peinlichkeitsgefühl nicht, mir fehlt das einfach, mir wäre es scheißegal. Oh doch, ich hab das voll, aber nicht bei Dingen, die ich mag. Also so, ist mehr, nee. Generell ja, aber bei Anime, bei Videospielen ist mir doch egal. Ja. Ja. Also ich hab auf jeden Fall ein paar Animes, die da drunter fallen. Wieder wären? Meistens sind das Animes, wo du es auch merkst, an dem Alter der Hauptcharaktere. Äh, zum Beispiel. Wenn die irgendwie fünf sind. Ja, ne, ja. Ich weiß nicht, ich würde zum Beispiel Ghibli-Filme ... Made in Abyss ist auch voll für Kinder gemacht. Das merkt man ja in späteren Folgen. Also ich würde Dingens, wie heißt es nochmal, ich würde Ghibli-Filme zum Beispiel nicht so wirklich darunter zählen, auch wenn das mit ganz jungen Kindern ist und so Kinder-Fantasy wie bei Totoro, weil das eher Filme für die ganze Familie sind. Richtig, ja. Aber ich würde so Sachen wie zum Beispiel Kat Kapasakura drunter stellen. Ach, ich liebe es. Ich liebe es auch. Aber es ist mir so richtig, richtig krass bewusst, dass das nicht für meine Altersklasse gedacht war. Schon als das erste Mal, wo ich das Ding in die Finger bekommen hatte, war es schon lange nicht mehr meine Altersklasse. Ist daran, dass du alt bist. Ich hab's nie gesehen. Ich bin alterführend gekommen. Gott, ich hab den Manga sowas von verschlungen. Das erste Mal, wo ich in die Finger bekommen habe. Was überhaupt keinen Sinn in meinem Kopf macht. Ich bin kein Fan von Magical Girl-Kram. Aber das Ding hat's geschafft aus diesen größtenteils aus der Atmosphäre heraus. Das war irgendwie so schön entspannend und einlullend. Und das hatte so eine Art von Textur und Farbe. Man kann's fast schon mit einer Art von Synesthesie beschreiben. Dass das Ding so den Eil, wie es auf mich gewirkt hat. Und ich hab's nicht wirklich geguckt, weil ich unbedingt wissen wollte, ob Sakura es schafft, alle Karten zu sammeln. Das war mir sowas von putzegal. Aber wo es zum Sammeln geht, Pokémon ist ja auch eigentlich eher für Kinder gedacht. Ich liebe Pokémon. Trotzdem, ja, siehste. Das ist für mich zum Beispiel ein Beispiel. Das kann ich mir nicht reinziehen, weil es einfach überhaupt nicht für mich gedacht ist. Du musst wirklich mal in die neueren Staffel mal wenigstens reingucken. Sun & Moon ist so gut. Ja, Sun & Moon ist super gut. Ist super gut produziert, vor allem. Der Animationsstil ist einfach der Hammer. Ja. Und auch schon XY hatte da ordentlich was draufgelegt. Also Pokémon XY war auch schon ziemlich gut wieder. Also die letzten beiden Pokémon-Serien sind echt empfehlenswert. In XY hab ich tatsächlich nicht geguckt. Da war ich raus. Es lief nirgendwo. Ich hab Pokémon halt hauptsächlich immer im Fernsehen konsumiert. und es lief irgendwie nicht greifbar. Aber jetzt bei XY war es ganz klar die neue Ästhetik und der Animationsstil, die mich da wieder ran gedroht haben. Bei Sarno meinst du jetzt? Ja, meine Entschuldigung. Ja, das Problem ist, ich hab halt über die Jahre immer wieder gesagt bekommen, guck dir mal wieder Pokémon an. Es ist gerade im Moment, die neuen Sachen sind so gut. Da hab ich's versucht und war immer noch nix für mich. Ich versuch's demnächst mal wieder. Ich versuch's ja immer wieder, ne? Also Sarno ist wirklich was komplett anderes. Also das könntest du halt hier echt mal versuchen reinzudrücken. Okay. Macht einfach unsagbar viel Freude. Hm. Freude. Ja. Beton, ich hatte zu viel Alkohol in meinem Kaffee. Kaffee! Ey, das ist ja das Schöne an Sachen für Kinder. Da ist ja nichts irgendwie groß Depressives oder Anstrengendes so anspruchsvoller. Es ist einfach nur so ... Igimon Staffel 3. Haha. Oh, ja. Das ist für Kinder, eigentlich. Eigentlich ja. Eigentlich. Und Saber's war schon echt hart. Ja. Ja, das ist besonders bei Anime und bei Unterhaltung aus Japan ist das so ne Sache, ne? Serien, die für Kinder und Jugendliche sind, die da teilweise brocke, brocke hart sind. In einigen Elementen bei sich drin. Und sehr erwachsen. Ja, da muss ich auch wieder eigentlich an Kaito Joker denken. Also manchmal, wenn's ums Thema Töten und Sterben und so was geht in der Serie, ist das schon ein bisschen komisch und ein bisschen edgy. Ja. Sonst hätten die Leute von Sonic das geschrieben. Uh. Ja, du bist fast. Alleine töten und sterben, diese Worte haben selten eigentlich was in der klassischen Idee von einer Kinderserie zu suchen, ne? Ja. Oh Gott, ich muss grad echt überlegen. Auch Cartoon Network hat ja heutzutage einige Cartoons ... Also der Ton von Cartoons heutzutage hat sich ja auch zum Beispiel um einiges geändert. Adventure Time, da sterben regelmäßig Leute. Steven Universe ist auch da nicht unbedingt zurückhaltend. Also ich find, Steven Universe ist ein bisschen zahmer. Ja, es ist zahmer definitiv als Adventure Time, aber ... Das würd ich meinen Neffen zum Beispiel früher schauen lassen als Adventure Time. Definitiv. Warte noch an die Leute, die jetzt grad im Chat sind. Digimon ist besser als vorhin. Hallo. Kann man sich jetzt drüber streiten? Alfred J. Quack. Ach so, äh, ja klar. Oh Mann, ich weiß, dass ich dieses Ding im Fernsehen gesehen habe. Aber ich kann mich kaum noch erinnern. Das war doch die, wo du so einen typischen verrückten Wissenschaftlercharakter hattest, der eine Maschine hatte, mit der er sich durchs Erdreich gebohrt hat, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab nur mal ein paar Swingshots davon gesehen, als Elena da ein paar von auf Twitter geteilt hat, und das sah unglaublich depressiv aus. Depressiv? Ich weiß nicht, was für eine Kindersecherette das sein soll. Deswegen ist unsere Generation so, wie sie ist. Meine Kindheitserinnerung ... Entweder spielen sie mir da einen Streich, oder ich hab's verdrängt. Trauma. Schutzmechanismus verdrängt. Bei den ganzen Traumata, die du schon auf der Kerbe hast. Kenshin zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, was ich verdrängt hab, und was ich einfach vergessen hab. Ja. Aber ich würd halt wirklich, um noch mal auf das Thema so, an Kinderserien an sich zurückzukommen, ich würd sagen, dass heutige, in der heutigen Zeit, dass noch mal etwas alles entschärfter ist, sozusagen. Entschärfter? Ja, dass Kinderserien heutzutage auch mehr davon kommen, das Thema Tod und Tragik und irgendwie so was zu behandeln. Du meinst, dass die erwachsener sind? Ja, dass sie halt wirklich erwachsener sind. Ich mein, Adventure Time ist dafür einfach ein ziemlich gutes Beispiel. Steven Universe erzählt auch einige echt tragische Geschichten. Ähm, und wenn man halt noch mal in Anime geht, so was, wie ich eben schon sagte, mit Kaito Joker, was manchmal auch echt hart wird. Äh, also, also ... Kinder heutzutage haben da wahrscheinlich allgemein weniger Problem damit, weil einfach die heutige Kultur anders ist als damals. Hm, ne gute Frage. Ich mein, ich hab eine Menge Sachen gesehen, die aus einem Zeitraum kommen, wo ich nicht alt genug war, um die Kultur irgendwie nachzuverziehen. Äh, aber da gibt's auch genug erwachsene Geschichten. Ich mein, als Ghibli, wie so ein Wahnsinniger, die vielen Kinderbücher verfilmt hat, da sind einige, die von ihrem eigentlichen, von der Grundidee schon eher anspruchsvoll sind. Also, zum Beispiel, da war doch irgendeine Serie mit Mädels, die im Internat leben müssen, weil sie irgendwie eine Art von Halbweisen geworden sind und wie sie da unter der Internatsleitung und ihrem eigentlichen, relativ ähmlichen Lebensstil zu leiden haben und sich einfach nur, äh, da durchkommen, indem sie halt mit ihren Freundschaften, sozusagen, sich durchreißen. Im Endeffekt ist es, ja klar, das ist aufgebaut wie so eine Slice of Life mit Kinder- und Freundschaftsleben und definitiv an ein junges Publikum gerichtet. Aber das ist auch nicht ohne völlig, ne? Ja, wobei ich würd sagen, dass das schon, dass das vorher halt einfach so ein paar Ausnahmen eigentlich sind, so, wenn's um wirklich ernstere Themen geht. Ich mein, nehmen wir jetzt zum Beispiel ein bisschen was aus dem World Masterpiece Theater, wie, ähm, hier Future Boy Conan, was eine unglaublich ernste Thematik hat. Also, das ist, äh ... Oh ja, okay, das ist aber eine heftige Ausnahme, auch unter der Reihe, ne? Ja, also, aber trotzdem, das war ja eher so Zielpublikum Kinder, aber nicht unbedingt, wenn man sich's mal anschaut. Also, ich mein, allein in der zweiten oder dritten Folge war das, wo der Junge dann von der Insel runtergeht und auf einer anderen Insel landet. Und da hast du einen Jungen, der wirklich zwanghaft auf einer Insel nach irgendeinem Zeug sucht, zum Zusammensammeln, um Sklaventreibern zu geben, um bei denen dann diesen ganzen, seine ganze Arbeit gegen ein paar Zigaretten einzutauschen. Ja. What the fuck? Jo. Ja, da fühlt man so ein kleines bisschen an den Oliver Twist erinnert, ne? Äh, an was? Äh, äh, was? Oliver Twist, Literatur. Kenn ich. Oliver Twist. Kennst du echt nicht? Sagt mir gerade nichts, nee. Der Schock ist groß. Charles Dickens. Klassiker. Es läuft gefühlt auch jedes Jahr irgendwie zur Weihnachtszeit nochmal. Nee, ich kenn das wirklich nicht. Ich hab das noch nie gehört. Ja, halt, äh, ist eigentlich auch eher für, äh, ich weiß nicht, ist das eine Kindergeschichte? Die Hauptcharaktere sind junge Kinder. Aber eigentlich ist es nicht unbedingt eine Kindergeschichte, oder? Nee. Ja, nicht alles, was direkt, ähm, Kinderzauppfiguren hat, ist ja auch. Gab's dazu nicht auch eine Zeichentrickserie oder so? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich kann mich irgendwie nur an die, äh, Weihnachts-Spezial-Fernsehfilmchen erinnern. Ja, die, 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 die kenn ich auch. Gehe mir meine Erinnerung einstreich. Ich erinnere mich an den Peter Pan-Anime, der war auch nicht so, ne? Nein, tut's nicht. Ach, ich wusste es. So eine USA-Serie mit, mit Tieren. Vermenschlichten Tieren. Vermenschlichten Tieren? Oh, da gab's einiges. Hehe. Nee, auch, auch Olivers Twist. Du wusstest, du wusstest doch. Da war nämlich Oliver, glaub ich, ein Hund. Okay. Bei dir was Twist gab's jetzt eine Zeichentrickserie mit Tieren. Schreib doch, Elena, gerade noch mal. Okay. Gut. Haben wir ja grad herausgefunden. Peter Pan-Anime. Gut, mein Traum. Ja, also ich glaube, ich hab auch da hier bei dem Thema ein kleines bisschen Altersvorteil, weil halt viel im Fernsehen kam, was für Kicks gedacht ist. Ja, ich glaube, ich muss meine Aussage von ihm wirklich zurücknehmen, es gab früher schon genug depressives Zeug, what the fuck. Ich mein, auch wenn ich jetzt an, ähm, hier, 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 äh, es ist auch ein von World Masterpiece viert, aber als ich gesehen hab, wie hieß es? Das war sogar ein Film, der mir unglaublich gut gefiel. Oh, so gut war der? Äh, 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 ja, der, Flander, genau, Flander. Ach, Niklas, ein Junge aus Flandern. Richtig, Niklas, ein Junge aus Flandern, oder, oder im Englischen The Dog of Flanders. Ist auch eine unfassbar depressive Geschichte. Also, äh, was man den Kindern damals zugemutet hat, what the fuck. Die alles vertrage, die vertrage ich. Ja, klar. Also, ich muss so anstellen. Ei, ei, ei. Nee, ähm, wir fangen... Tun wir unseren Kindern an, was machen wir? Darum sind wir Menschen alle so verstört, jetzt ergibt alles seinen Sinn. Ja, du, die Kinder müssen auf die schreckliche Realität vorbereitet werden. Man kann sie nicht einfach hier so verhätscheln, nur. Und jetzt sind Kinder, die wollen Spaß haben. Aber es gibt noch genug Serien, die den Zuschauer ein bisschen verhätscheln. Besonders, wenn sie an Kinder gehalten sind. Man merkt bei Kindern, oder bei meinem Kind ist ja auch oft nicht, wie düster das eigentlich ist. Ja, stimmt. Diese rückblickende, ähm, Offenbarung mit Gott war das düster. Äh, ne, äh, ich hab noch ein paar im Hinterkopf. Zum Beispiel, ähm, das Kinderspielzeug, Kodosha. Was? Gesundheit. Kodomo no Mocha ist definitiv nicht... Kodomo no Mocha! Okay, 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 okay. Das ist definitiv nicht für meine Altersklasse. Aber das hatte einen Faktor, der mich da dran gehalten hat. Und das war der Hauptcharakter. Äh, klar. Ein zwölfjähriges Mädel, wie soll ich mich mit der identifizieren? Überhaupt nicht. Hast du nie ein zwölfjähriges Mädchen? War ich nicht? Nein. Hatte ich verpasst. Das enttäuscht mich. Das ist enttäuschend, ja. Ja, ich muss den Ende. Aber heilige Mutter Gottes, die ist hyperaktiv jenseits von Gut und Böse. Und das war so hellig inszeniert und so abgedreht, dass ich den Kram nur deswegen geguckt hab. Das war auch mehr 100 Episoden. Ich weiß gar nicht, ob sie zu Ende geschaut haben. Ich seh grad 102 Episoden. 102 Episoden von Kids, ja, im Alter von zwölf Jahren in der Schule, wie sie einfach mit ihren Schulkameraden und mit ihren Eltern zurechtkommen. Und der Hauptcharakter ist so ein Mädel, das so ein kleines bisschen Fernsehbeliebtheit hat. So ein kleines bisschen ein Kinderstar. Aber im Endeffekt ist es der, ist dasselbe Kindergedöns im großen Teil wie die Kinderserien im Fernsehen mit die, wie hieß nochmal diese blöde Serie mit der kleinen, jugendlichen, blonden Hexe? Sabrina? Ich glaub, das war's, oder? Ja, also das wäre die einzige blonde Kinderhexe, die mir jetzt einfallen würde. Sabrina. Ja, Sabrina war's. Mal verhext. Also, das erste Mal hab ich das Ding gesehen, hab ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist doch in der Reihe, das ist doch hundertprozentig nix für mich, da bin ich jenseits von draußen. Aber dann hat so eine Serie einfach einen Haken, wo man sich dran aufhängen lassen kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das ist der Grund, warum ich das machen kann. Genauso wie bei Cardcaptor Sakura, auch wenn's nicht mein Genre ist, solange es irgendeinen Haken hat, also nicht einzufangen. Nicht einzuangeln, dann funktioniert das bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht braucht ihr überhaupt keinen Haken und ist Kinderkram sofort automatisch interessant für euch, aber ohne Haken kann ich... Ich lebe immer das Kind in mir. Lebst du immer das Kind in dir? Ja. Das ist eigentlich voll schön. Ne, ich brauch unbedingt den Haken, sonst ist's vorbei. Ich glaub, ich würd mir jetzt auch nicht, ähm, wie heißt es, die Annen mit den roten Haaren, könnte ich mir nicht einfach so reinziehen. Das ist... Glaube ich, könnte ich auch nicht. Das ist, das, da bin ich so alt. So alt für den Scheiß. Weil's da keiner Kram her. Ja, Kevin, klar, du guckst gerne, äh, mein Kinderkram. Also irgendwie hab ich das so in Erinnerung, immer wenn du sagst, oh, der Ernie war so toll, da ist ab und zu mal was dabei, das definitiv auch für deine Altersklasse nicht mehr ist. Oder? Kann gut sein, oder? Kann gut sein. Weil das ist dir gar nicht so groß bewusst, ne? Ne, also mir ist das auch eigentlich ziemlich egal, was ich schaue, was jetzt irgendwie für irgendeine Altersklasse oder sonst wen ist. Aber wenn ich jetzt meinem Bruder irgendwas geben würde, dann würde ich da halt zum Beispiel aufpassen. Oder, keine Ahnung, vielleicht wenn ich später mal erwachsen bin und Kinder hab, dass ich da aufpasse, was ich meinen Kindern geb. Wenn ich später mal erwachsen bin, oh, hast du... Wenn ich vielleicht später mal erwachsen bin, ja. Eigentlich bin ich das schon erwachsen, so rein vom Rechtssystem her. Aber ich fühl mich noch nicht so. Das kenn ich, das tue ich auch noch nicht mit meinen 23. Ja. Von daher, also, ich weiß, was ich mir selbst zumuten kann und dann ist es mir scheißegal, ob das jetzt was für Kinder ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwas irgendwie Saw ist oder so. Das ist ein bisschen schade, weißt du, dass bei dir so das Peinlichkeitsgefühl so verkümmert ist. Sonst könnte man dich so ein bisschen löchern damit, mit dem Anime, wo du normalerweise niemals zugeben würdest, dass du dir in Kinderkram guckst. Naja. Äh, ein Bäum mit Badehose, du kannst den, also Podcast und alles sowas werden im Nachhinein noch aufgeladen. Ich bin da am Tippen, bin einfach vorweggenommen. Ha! Ha! Oh Mann. Hey, in der aktuellen Season läuft zum Beispiel auch Pingu in der City. Was, was, hier, hier von Polygon Pictures, was auf dem Pingu von, von, von damals basiert. So hier, ich weiß gar nicht, wie das damals hieß, hieß das einfach nur Pingu? Glaube ja. Äh. Ich bin schon wieder raus. So eine, ist eine Schweizer Produktion, glaube ich, gewesen, oder? War, glaube ich, Stop-Motion mit Knet-Animation. Ja, eine Stop-Motion-Knet-Animation. Ich glaube, aus der Schweiz war die. Ich bin mir nicht sicher. Ist das ein Short? Ach, ach, das Ding. Ja, das kenne ich auch. Okay. Wird jetzt von Polygon Pictures weitergeführt. Würde ich mir grad angucken. Ist ja witzig. Das wäre zum Beispiel nicht meine Altersklasse. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Da fehlt mir der Haken. Ey, es sind nur sieben Episoden. Äh, Minuten pro Folge. Ach so, okay, ja. Das ist zum Beispiel der Haken. Entschuldigung. Das ist nicht mehr Episoden pro Folge. Ja, sag mal, Zenobia, hast du irgendwas, wo du eigentlich normalerweise nicht zugeben würdest, dass du den Kinderkram magst? Naja, das fällt ganz simpel unter die Kategorie, entweder ich mag's oder ich mag's nicht. Oder abhängig davon, ob's Kinderkram ist oder nicht. Was, habt ihr da ja gar kein Problem mit? Ist ja langweilig. Ich hätt, ich, also wirklich, ich hätt überhaupt kein Problem jetzt immer zuzugeben, was für Hentai ich gesehen hab, was für Ätschig ich gesehen hab, was für Kinderkram ich gesehen hab. Mir ist das scheißegal. Aber das mit dem Hentai und Ätschig, das lassen wir erstmal voraus. Ja, das kommt ein extra Podcast. Kommt heute Abend dann? Ist auch nichts zum Frühstück? Ach. Ach. Ja. Aber das ist doch schön, dass wir so ein offenes Geist haben für alles Mögliche. Können wir uns selber auf die Schulter klopfen? Ach. Okay, mein Geist ist nicht so offen. Ich, ich filter doch ein bisschen heftiger raus. Besonders in letzter Zeit. Ich hab in dieser Saison nicht wirklich viel geguckt bisher. Ich mein, ich hab die Summer Season auch quasi ausgelassen, aber das war mir so aus, oh, ich bin nicht reingekommen, der Zug ist jetzt abgefahren, vielleicht springen wir später nochmal auf, wenn er wieder in der Hältestation ist. Aufgegeben. Ja, aufgegeben, hinterher zu rennen. Ja. Okay. Nee. Mir fällt hier auch nichts mehr ein eigentlich, glaub ich, keine Ahnung. Ja, äh, gut, wir haben ja schon ein kräftiges bisschen an Minuten abgearbeitet. Matze, was ist die an Anime-Feindlichkeit, die du gesehen hast? Ähm, Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Okay. Nein! Sailor Moon feier ich mehr, je älter ich werde. Ähm, ich hab ein paar Episoden aus der Serie, die ich ganz interessant fand. Aber Großen und Ganzen ist es mir doch eigentlich immer ein bisschen peinlich, das zuzugeben, dass ich Sailor Moon geguckt hab, auch wenn ich es nur geguckt hab, weil halt, ich brauch das Anime und Sailor Moon lief, das Einzige, das im deutschen Fernsehen zu der Zeitskrammer lief. Hä? Ja, nee. Ich hab mich auch dauernd immer gefragt, warum guckst du den Scheiß? Nee, äh, Sailor Moon hatte nicht die Haken, die eigentlich notwendig jetzt für mich sind. Ich hab das Gefühl, auf diesem Podcast wurde am meisten auf Zenobia jetzt eingestochen. Ja, nee, also, ich glaub, das wird die Zenobia mir verzeihen, wenn ich nicht, wenn mein Herz nicht so sehr für Sailor Moon schlägt, oder? Du bist später geblockt, also. Nee, aber Sailor Moon, ich muss sagen, das Ende der ersten Staffel, das hat mich dann doch ziemlich über den Haufen getreten. Ich fand's einfach schade, dass die Serie danach weiterging, die hätten sie da aufhören lassen sollten, aber das Ende der ersten Staffel hatten sie wirklich Eier in der Hose, das muss ich sagen. Das war gut. Nein, das war top, und Staffel 3, Beste, alles davor und danach ist, ja, Staffel 4, Staffel 4 oder 2, die waren so unsagbar, freudig. Was war das mit dem Pegasus? Ich glaub, das war Staffel 4, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Kann das nicht aus in der Hose. Aber 1 zu 3 von den. Top. Ich bin auch sehr enttäuscht von Salem und Crystal. Da kann ich nichts dazu sagen, ich höre immer nur von außen, so im Sinne von wegen der Anfang schlecht, 3. Staffel soll gut sein, und dann ist es wieder abgesunken in mies. Ich hab keine Ahnung wirklich. Ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren, das muss jetzt schon ein bisschen länger her sein, da lief im japanischen Fernsehen eine Sailor Moon Fernsehserie Real. Ach ja, liebe es. Da hab ich eine Episode davon gesehen. Und wow, wenn du gedacht hast, dass mir normale Sailor Moon peinlich wär, ich hab die Gänsehaut bekommen bei der Realverfassung. Uiuiui. Echt, so Realverfassungen sind auch immer was ganz Besonderes. Ich hab die Konzumationszähne von Crystal Staffel 3 gesehen, wo sie von CGI 2D gewechselt haben. Sieht das gut? Das sieht wirklich mega gut aus. Staffel 3 wirkt sowieso wie das, was es eigentlich von Anfang an hätte sein sollen. Und sie haben so schön diese Silhouetten-Dinger wie bei Revolutionary Girl Utena und es ist ein Traum. Ah, okay. So gut, Season 3 von Crystal. Okay. Ist überhaupt Staffel 2 von Crystal, ich bin immer verwirrt. Oder haben die das einfach ausgelassen? Nee, ich glaub, die lief auch, die hab ich nicht geguckt. Ich hab eins gesehen, da war ich enttäuscht und dann musste ich bei 3 wieder einschalten, weil ich bin halt verwirrt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf MyAnimeList auf Sailor Moon Crystal gehe, dann hab ich da Sailor Moon Crystal und dann ist ein Sequel eingetragen, Staffel 3. Wo ist Staffel 2? War das eines von den Gedülsen, wo 13 Episoden rauskamen, dann zwei, drei Monate Pause waren und dann die nächsten 13? Ja, aber dann wird das doch auch so mittlerweile bei MyAnimeList immer so getrennt. Aber wird hier nicht gemacht, wenn das der Fall sein sollte. Ich bin verwirrt. Verwirrung ist gestiftet. Warum wollen mich diese Menschen verwirren? Staffel 1 war aber auch, hat auch 26 Personen, kann sein, dass das quasi die alte Staffel 2 schon mit beinhaltet. Ja. Ja. Sieht so aus. Ist wirklich so, ähm, oder? Hä? Was ist das für, ich hab, ich bin ja gerade auf, äh, Wikipedia gegangen und das verwirrt mich auch. Es ist genauso verwirrend. Ja. Sehr gut. Äh, ja, es ist wirklich verwirrend. Ich weiß nicht, was jetzt mal heißen, was nicht. Was kann ich noch glauben? Ich weiß nicht. Staffel 1 hat Staffel 1 und 2 vom Ursprung Sailor Moon, vom Manga quasi, adaptiert. Das alte Sailor Moon war ja auch wesentlich länger. Oh ja, und hatte, boah, da haben sie sich weit entfernt vom Manga, meine Fresse. Ja. Das war auch eines von denen, wo du noch das Syndrom hattest, von wegen einfach nur 20 Episoden dahin dümpeln, damit die Zuschauerschaft angelockt hat. Und, ja, sehr, sehr, sehr viele Slice-of-Life-Elemente, die aber gar nicht alle so reudig waren. Reudig. Reudig. Ist schön, wenn sie nicht so reudig waren. Hm, gut. Hm, gut. Ich glaub, wir haben das durch, oder? Eine Frage habe ich. Okay. Alles klar. Nein. Hau raus. Und zwar, wenn du das nun in der Chronologie als den 90. Podcast bezeichnest. Richtig. Müssen wir dann über die Animes aus 1990 reden? Scheiße, müssen wir. Yeah. Verdammt. Yeah. Das Schöne ist, dass... Hoffentlich kriegen wir das noch in diese 10 Minuten rein, Matze. Du hast nicht viel Zeit. Ja, das Schöne ist, wir schaffen es immer unter 10 Minuten, über die Jahrgangs-Anime zu reden. Und das Schöne ist, bei 1990, da ist nicht so viel rausgekommen, was irgendwie gigantisch erwähnenswert wäre. Okay, gut. Eigentlich nur zwei, maximal drei. Record of Lord of War ist natürlich eine der monströsen 90er-Brocken. Und, äh, Nadia. Echt, das kam schon 1990? Krass. Macht des Zaubersteins kam 1990 raus. Die Akis-Anno-Anse-Große-Serie mit Captain Nemo. Yes, yes. Cyber City Oedo kam 1990 raus. Ja, was kam 1990 raus? Cyber City Oedo. Wo alles Cyber ist. Cyber. Das, wow, das ist gut, dass du das nochmal erwähnst. Und Leute, die irgendwie es noch aus der Fernsehkultur mitbekommen haben, Samurai Pizza Cats kam 1990 raus. Ich hab das grad eben gelesen und das klingt, das klingt schon allein vom Titel her gut. Was ist das? Ich wollt grad sagen, das sagt mir irgendwie was. Samurai Pizza Cats. Das ist eine von den Serien, von so einen Comedy-Serien für Kinder, die in der internationalen Fassung völlig umgeschrieben wurden. Okay. Die wurden kräftigst umgeschrieben vom Original-Japanischen. Aber auf eine Art und Weise, die ich gar nicht so uninteressant finde und die ein bisschen Kreativität beinhaltet. Ich erinnere. Ja, die hatte ich jahrelang irgendwie als kleine Mega-Man- oder Mini-Gundams abgestempelt, die wahrscheinlich am Design. Ja, mal Designs sehen wirklich knuffig aus. Es sind keine Mini-Gundams, es sind eher Ninjas. Was ist das? Es sind Katzen-Ninjas in Panzeranzügen. Kann das auch in Deutschland, also das kam auch in Deutschland, oder? Das kam auch in deutschen Fernsehen, yeah. Ja. Mal gucken, ob ich da irgendwie eine deutsche Version von krieg. Das interessiert mich jetzt. Oh, YouTube wird sich bestimmt damit beehren. Hoffentlich. Ansonsten. Record of Brothers War kam auch in 1990. Yes. War das Erste, was Matze, glaub ich, genannt hat. Yes. Der Brocken. Bin ich. Schon vorbei mit deinen Aufmerksamkeitspunkten, ne? Naja, ich hab ja gleich zum Glück Pause. Ja, das Einzige, was man noch von 1990 ... Anderen arbeiten, ey. Yeah, yeah. Hier, schaffe, schaffe die hier. In 1990 kam eine Menge kleines Zeugs raus, das ganz interessant war. Zum Beispiel die Robin-Hood-Anime-Serie, die auch bei uns im deutschen Fernsehen lief. Oder ... Sol Bianca, einer von diesen geilen Science-Fiction-Weltraum-Piraten mit einer kompletten weiblichen Truppe als Hauptcharakter. Aber was wichtig vielleicht noch wäre, wäre Hackenden, die Legende der Hundekrieger. Das ist wirklich, weil ... Bis heute immer noch Anime, richtig? Ja. War das nicht so? Es liegt daran, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der japanischen Literatur. Das Werk, der Hackenden. Okay. Und die Original-Ofa, das war eine der ganz seltsamen Gedönsen, weil ... Die hatte erst mal in der Hälfte ihrer Laufzeit eine große Pause. Da kamen sechs Episoden raus und dann gab ein paar Jahre Pause, bevor es dann weiterging mit den nächsten sechs Episoden. Oder sieben war es, ich weiß nicht mehr genau. Und das war eine von den OVAs, wo von Episode zu Episode teilweise der Zeichen- und Animationsstil extrem stark geschwankt ist. So krass unterschiedliche Stile und unterschiedliche Zeichner, die da sich austoben durften, dass es dann so ein bisschen wie mal Anthologie wirkt. So ähnlich wie bei Animatrix. Okay. Das hat mich zum ersten Mal, als ich das gesehen habe, ich hatte mir damals die noch in England geholt, auf VHSen, weil die tierisch billig waren in England. Und wir mit der Schule in England waren zum Ausflug. Habe ich es mir eingekauft. Das hat mich so was von verwirrt. Ich war das nicht gewohnt, dass der Zeichenstil so pervers extremst sich ändert. Und ich meine extremst. Also wenn ihr da mal irgendwie im Internet nachschaut, dann habt ihr von einer Art von sehr hässlichen Hyperrealismus bis zu einem Animationsstil, wo komplett nicht ein bisschen Schattierung drin ist. Und so ein etwas klassischem Zählstil mit unglaublich viel Schattierung und Details, aber weniger Animation. Alles drin. Und einige von den Dingern sehen so aus wie, eine Episode sieht so aus wie das direkte Vorbild von dem Zeichenstil von Naruto. Wobei das viel älter ist als Naruto. Naruto hat einen speziellen Zeichenstil. Also es gibt eine Art von Zeichenstil mit so flachen Schattierungen und flachen und blassen Farbformen, die ich irgendwie vollkommen mit Naruto assoziiere. Weil das in so vielen Filtern und so vielen Episoden von Naruto benutzt wurde. Und das habe ich zum ersten Mal in Hackenden gesehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr einfach City Hunter und Dragon Ball auslasst. Ja, weil das sind Nachfolgerstaffeln da. Ja, aber trotzdem, wir müssen es einmal erwähnen. Dragon Ball zumindest. Ja, klar. Die Sache ist nur die, wir müssen wir immer wieder erwähnen. Ja, wir müssen es halt wirklich jedes Jahr erwähnen. Also, ich glaube, es ist Dragon Ball. Dragon Ball läuft ja auch jedes Jahr irgendwie. Dragon Ball läuft ja auch immer. Peck, du schreibst noch Chibi Maruko-chan in den Chat. Ja, aber oh mein Gott, das kennt keine Sau. Aber Peck, die kennt's. Deswegen habe ich nicht darauf reagiert. Ich meine, ich habe noch ein paar andere Science-Fiction-Sachen, die ich von dem Jahr gerne erwähnen würde. Aber 1990 war nicht so das Brockenjahr, wo die riesengroßen Monster daherkamen. Da kamen ein paar Monster, aber das reicht ja schon, wenn man drei oder so hat pro Jahr. Gerade damals ja auch. Ja, das war ein gutes Maß war das. Zu der Zeit habe ich natürlich noch keine Animes gesammelt. Und bis die Dinger nach Deutschland kamen, hat es auch eine Weile gedauert. Also, aber ... Da sind einige der ersten drauf, die ich mir damals gekauft habe. Definitiv. Ja, Record of Lotus War. Ich muss die Blu-Ray mir nochmal reinziehen. Ist so gut. Okay. So, dann haben wir das auch abgearbeitet. Adios 1990. Ja, dann haben wir das doch jetzt ja alles komplett geschafft noch, ne? Ja, und dann war es das soweit mit dem 90. Animes Lernen Podcast. Vielen Dank auch an die Leute im Chat, die hier ein bisschen mitkommentiert haben, mitgeschrieben haben. Und wir machen dann an der Stelle Schluss für den Podcast. Nur für den Podcast. Live geht es weiter. Wir machen Schluss. Okay. Okay. Okay, dann ein herzliches Danke an Zenobia, dass du dabei warst. Immer wieder, gerne. Gerne. Ja, kein Ding, er war die einzig passende Uhrzeit. Auch danke an Matze, dass du so früh für uns aufgestanden bist. Es war mir ein Vergnügen. Und ich war auch dabei, StarCaf. Bye, bye. Tschüss. 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 -